Manchmal muss man machen, was gemacht werden muss. Manchmal muss man nicht erst lange fragen. Ärmel hoch und hokus pokus, zieh die Busch. Wer zusammen anpackt, kann mehr trägen. Der Kitz hält zusammen, egal was auch passiert. So wird er es noch in tausend Jahren sein. Der Kitz hält zusammen, hier wird nicht resignieren. So schnell kriegt man das Viertel hier nicht klein. Mensch, die Zeiten sind bescheid. Unser Eins hat viel zu leiden, denn die Pandemie geht jeden ab. Doch wir werden nicht verzagen. Toten bringen mehr als Klagen. Jeder packt mit an, so gut er kann. Hier plötzlich bei Lehrensbrüchen, Kneipen werden, Suppenküchen trifft uns auch die Numpen mit voller Kraft. Lass euch bloßig unterkriegen, dieses Viertel zu betreten. Haben selbst die Nazis nicht gesagt. Der Kitz hält zusammen, egal was auch passiert. So wird es noch in tausend Jahren sein. Der Kitz hält zusammen mit und wir sind raffiniert. So schnell kriegt man das Viertel hier nicht klein. Junkies, alte, kranke Gammler, obdachlose Flaschensammler sind echt über Sehne Hilfe froh. Minimieren die gröbsten Schaden, kaufen ein Zeug im Nachbarsladen, statt nur billig online irgendwo. Wir verlieren bei allem Abstand hier trotzdem niemals den Anstatt. Jeder hilft dem Nachbarn in der Not. Ihr wart immer solidarisch, gastfreulich und proletarisch. Ganze Pauli sitzt im selben Boot. Der Kitz hält zusammen, vergesst das niemals nicht. Und nicht, wo eure wahren Freunde stehen. Der Kitz hält zusammen, der lässt sich nicht im Steak. Mein lieber Freund, das wollen wir doch mal sehen. Der Kitz hält zusammen, vergesst das niemals nicht. Und nicht, wo eure wahren Freunde stehen. Der Kitz hält zusammen, der lässt sich nicht im Steak. Mein lieber Freund, das wollen wir doch mal sehen. Mein lieber Freund, das wirst du Nummer 7. Ciao, ciao! ��wszym, NABIN? NABIN? Ich weiß das nicht. Nein. Hallo, Gerda. Hallo, mein Schatz. Love it, love it, love it. Ich bin gleich bei euch. Oh Gott, die Kamera. Ich muss Ihnen jetzt mal die Nacht sagen. Tag, mein Schatz. Schön, dass du da bist. Sieht kein Rotlicht. Ohne Rotlicht kann ich nicht arbeiten. So kann ich nicht arbeiten ohne Rotlicht. Es geht nicht. Herzlich willkommen, liebe Fans, zu Folge 357 von Pension Schmidt, der Frühlingssturm. Was bisher geschah. Es ist Frühling geworden und einige unserer Freunde aus der Pension hat das Reisefieber ergriffen. Allen voran die Chefin Cosima von Kattenstedt, die zusammen mit Utsche und dem kleinen Utsche Junior sozusagen als Ersatzmutter nach Palermo gereist ist. Dummerweise hat auch der Portier Aristide Klöterbeck zur selben Zeit zusammen mit seinem Klaus die Hochzeitsreise angetreten. Gerüchte besagen, dass die beiden auch von Aristides Schwester, Hedwig Petersen, begleitet werden. Vor der Abreise aber hat Aristide noch den jungen Lutz Steffens zu seiner Vertretung bestimmt. So muss Siegfried Utsgüll den Laden nicht ganz alleine schmeißen. Jetzt, wo er endlich seine Dauerfreundin Nadine vor den Altar führen wird. Guten Abend! Guten Abend! Herzlich Willkommen! Guten Abend! Guten Abend! Da wo Hamburg, Haus und Pohre, zwischen Pups und Rotem Licht, liegt die Gintze der Idylle, das Hotel, von dem man spricht. Großes Stars, die Brüte heute oder beispielsweise Sieg, Wer nur einmal hier losgibt, dann ist uns Lebens endlich nie. Fangs und Schmitz, herzlich Willkommen in der Perle auf dem Kiez. Fangs und Schmitz, ihr zog das Leben, Fangs und Schmitz, der mir geschieht. Kleines Glück und großen Träume, zwischen Pips und Rotem Licht, nur herein, hier sind sie richtig, wie der Bein für Pansion Schmitz. Unser Service ist unglaublich, unser Ruf ist wegen der, Pervention ist unser Streben, dafür ist uns nicht zu stehen. Fangs und Schmitz, sind ein Herz und eine Seele, wir zwingst die Zammel im Stück, und sogar an den Englern, Weihnachten vor und mal zurück. Fangs und Schmitz, Herzlich Willkommen in der Perle auf dem Kiez. Fangs und Schmitz, ihr zog das Leben, Fangs und Schmitz, der mir geschieht. Keines Glück und großen Träume, zwischen Pips und Rotem Licht, nur herein, hier sind sie wichtig, Bühne frei für Pansion Schmitz. Danke, bitte. Danke. 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 Und jetzt viel Vergnügen bei Folge 357 von Pansion Schmitz, der Frühlingssturm. Pansion Schmitz, der Lutz, 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 der Lutz kann ich für Sie tun. Juan Schmitz, der Lutz, 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 der Lutz und der Lutz haben ist für Sie. Du musst ruhig bleiben, ja? Und das O-schwierig. Das muss klingen als ein ständig ausgebuchtes Spitzenhotel, ja? Also nochmal. Äh, äh, warte mal, fangen Sie uns mit. Lutsch, Deffens, was kann ich für Sie tun? Ein Einzelzimmer. Oh, schwierig. Moment, ich schaue mal eben nach. Und dann zähle ich bis sieben und dann, Sie haben großes Glück. Eins ist noch frei. Ja. Ja. Wie lange hast du das mit Aristide geübt? Nur zwei, drei Stunden. Ruhig, ruhig. Pensionsschnitt, ruhig. Lutsch, Deffens, was kann ich für Sie tun? Ein Einzelzimmer. Schwierig. Moment, ich schaue mal eben nach. So, dass ich mir jetzt sehr unangenehm bin. Tja, dann wollen wir mal hoffen, dass der Gast nochmal anruft, ne? Ja. Pensionsschnitt. Hallo, Nadine. Ziggy, Ziggy. Oh, schwierig. Moment, ich schaue mal eben nach. Sie haben großes Glück. Ein Ziggy ist noch frei. Hallo, Willi. Ja. Ich vermisse dich auch. Was am meisten? Das Strahlen deiner Augen. Weißt du, manchmal glaube ich, jemand hat die Sterne aus dem Himmel gestohlen und in deine Augen getan. Wie sieht dich aus? Bis später. Ich freue mich. Ich würde mich auch recht gerne mal verliegen. Ja. Aber lass mein Ohr los, ja? Tag, heute. Hallo, Leute. Ach ja, Lutzi, Putzi, heute erster Tag. Und? Alles im grünen Bereich? Ja, er ist die Ruhe selbst. Verdammt. Schick mal ein Smart Ringer. Nee, 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 Hotter, ich rauch nicht. Mann, die sollst du nicht rauchen. Die sollst du weiterverkaufen. Kleines Süßes hat sich geschöpft. Die Fluppen, die fallen aber mal so von Laster, weißt du. Deshalb verkaufst du dir auch günstiger, entwürzt. Zwanzig die Stange. Das macht dann pro Packung zwanzig. Zehn sind drin, zwanzig durch zehn. Das ist... Ruhig, ruhig, Hotter. Nicht gleich, ne? Hotter, vielleicht solltest du es schriftlich probieren. Ja, egal. Ja, egal. Das sind drei Satz. Drei was? Hotter, Hotter, ich stelle dir zehn Freier vor, die sich zwanzig Nutten teilen. Wie viele Nutten kommt dann auf jeden Freier? Jawohl, das ist ja ganz einfach. Äh, kleiner Typ, das kann man kürzen. Pass auf, weh, Witzbold, hier sind zehn Schuss drin, hm? Aber du hast nur zwei Knie, also? Oh, Gott, wie viel Schuss pro Knie? Hm? Ich krieg' da schon raus. Gott und grüße, liebe Kinder, da bin ich wieder. Er hat Mutte. Ja. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich war krank und fuhr nach Not zum Genesen, lag dort das Wasser des Herrn am Tresen. putzt er die Kirsche allein mit dem Besen und war die längste Zeit daran geschehen. Ja, okay, 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 dann zieh, die gibt es denen alles aus. Man gibt jede Spende. Erdmutter, Erdmutter, hier, du hast eine Spende für deinen Hopfartlosen. Herr Kurt, der Herr wird's dir danken. Siggi, ist Herr Gerda da? Ich muss ihn unbedingt sprechen. Herr Gerda, Besuch für dich. Kinder, bitte, so kann ich nicht arbeiten, ja? Ich hatte extra darum gebeten, dass ihr alle zusammen Hallo Gerda ruft, nicht nur der eine schwule Bauer aus Winsen hier, ja? Ich komm' nochmal. Also, ihr habt's gehört, sonst dauert das ewig. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir singen das. Ja, ja, okay. Hallo Gerda, sie ist wieder da. Hallo Gerda, sie ist wieder da. Ja, nicht wir drei, wir alle. Hallo Gerda, sie ist wieder da. Nee, 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 die Herren bitte in Kopfstimme, ne? Auch die Glatz aus Poppen, bitte. Hallo Gerda, sie ist wieder da. Haut da! Hallo Gerda, sie ist wieder da. Das könnte klappen. Lass uns nochmal ein Stück zurückgehen. Was war das Stück für Gerdas Autos? Ich war krank und vor Nacht noch ein Stück zurückgehen. Halt, Schaube! Gerda, Besuch für dich. Hallo Gerda, sie ist wieder da. Hallo Gerda, sie ist wieder da. Danke, Kinder, danke, danke, danke. Von denen stand die schreckliche Melodie? Erdmute, was machst du denn hier? Ich denke, du bist mit Kurt in Kiel. Nein, Kiel ist viel zu viel. Aber da hatte ich eine Vision gehabt in Kiel. Wie bitte? Der Herr sprach zu mir und sagte, Erdmute, geh hin und verkünde mein Wort. Ich bin schon wieder ein zu lachen, das ist doch unglaublich. Wie ist das keinem von euch aufgefallen? Grundlos lacht ihr, der Herr Hennig und ich stehe daneben. Ja, ich schau doch einmal in diese Augen, das. Ich dachte, wenn ich wahr sei, ich komme nochmal. Das war mir ein paar Vorschläge. Ich weiß hier noch, wobei es geht. Ich war krank und vor Nacht... Schnauze! Ich nehme doch deine Gitarre. Bist du soweit, Carsten? Okay. Gerda, Besuch für dich! Hallo Gerda, sie ist wieder da! Hallo Gerda, sie ist wieder da! 400 Strophen! Ja, Gerda, wunderbar, danke! Aus, Schluss, rechts, Platz! Von dem stand die schreckliche Melodie. Immer noch von der Sitzende. Erdmute! Um Gottes willen, was machst du denn hier? Ich denke, du bist mit Code in Eckartförde. Das ist direkt bei Kiel, das ist auch nicht hier. Aber dazwischen, da hatte ich eine Vision. Nein, das ist ein Spaziergebärk. Auf und Fähr, da hat der Herr mich erreicht und hat zu mir gesagt, Erdmute, geh hin und verkünde meine Worten, jetzt bin ich da. Das ist ein ganz Entzücke. Was habe ich denn da mit eigentlich zu tun? Naja, der Herr hat mir verkündet, du würdest jetzt dem Fernsehen eine Taltschau machen. Und hat gesagt, ich bin der Stargast. Ich werde dort auftreten in deiner Taltschau. Gerda, du machst eine Taltschau? Gerda, so richtig in der Klotz. Seit wann denn das? Mein Gott, Kinder, es sollte eine Überraschung sein. Jetzt ist es raus! Ihr wisst doch, heute um 24 Uhr geht eine neue Kanalaufsendung. Hamburg 5. Ja, die brauchen irgendwie ein Zugpferd. Und wenn er in Quote bringt, dann ist es natürlich an mir nicht vorbeigekommen. Haben gebittelt und gedrängelt und jetzt hat er mich breitschlagen lassen und macht die erste Talkshow im deutschen Fernsehen. Gerda, es gibt 83 Talkshows im deutschen Fernsehen. Aber ich bin die erste, mich gibt es schon um 5.30 Uhr. Und wo soll das Ganze stattfinden? Hier natürlich. Oh nö. Siegfried ist doch eine wunderbare Werbung für die Pension. Also wenn ich an deine Erfolge im Filmgeschäft in Bad Segelberg denke, bin ich mir nicht zu sicher. Siegfried ist... Eine Talkshow ist was völlig anderes. Ja, eine Talkshow, das kann im Prinzip sogar Hotte. 20 durch 10, ich krieg's nicht raus. Ich nehm's zurück. Das wichtigste bei einer Talkshow ist sowieso ein gutes Publikum, das höchstens Hauptschulabschluss haben darf. Ja, ist noch vorhanden. Dann brauchen wir ein paar beknackte Gäste, dazu seid ihr dann da. Und was ist das Thema deiner Sendung? Weiß ich doch heute noch nicht. Heute werden wir haben ein prima Problem. Ja, hier Gerda. 20 durch 10, was macht das? Ich kann nicht rechnen, wer hilft mir dabei? Damit kannst du dich bei Sonja bewerben, aber nicht bei mir, ja? Ich würd mich so gerne mal verlieben. Das ist ein wunderbares Thema, Leute. Leider viel zu allgemein. Warte mal. Ich würd mich gern verlieben, aber mein Hund will nicht. Oh nee, das war jetzt gestern bei Babel Schäfer. Gerda? Ja? Dem Herrn zu dienen ist meine Freund. SM-Themen sind sowas von auch der Gute, ja? Genau, man braucht ein Thema, was zu Herzen geht, was die Menschen rührt, was irgendwie die Tränen in die Augen und die Quote in die Höhe treibt. Vielleicht könnten Sie die Tür hinter mir schließen. Draußen tobt ein richtiger Frühlingssturm. Da war die Wettervorhersage aber ganz anders. Madeleine de Winter, ich hätte gern ein Zimmer. Warum haben Sie gewischt denn? Ich habe vorhin angerufen, aber die Verbindung brach plötzlich ab. Ich hoffe, Sie haben noch etwas frei. Oh, ist schwierig. Wobei ich schon mal nach. Sie haben großes Glück. Eins ist noch frei. Ein Einzel oder Doppel. Einzel. Ist die Pension denn für Behinderte geeignet? Ja sicher, Schätzchen. Schau dich doch um, die wohnen ja auch alle hier. Sie bekommen Zimmer Nummer zwei, dann haben Sie nur die beiden Stufen. Die werde ich noch schaffen. Später mit dem Rollstuhl wird es natürlich schwierig. Rollstuhl, du Gott, ist ja schrecklich. Was haben Sie denn? Ich leide an einer sehr seltenen Krankheit. Der Paxi-Maxi-Dose. Paxi-Maxi-Dose. Was ist denn das? Eine unheilbare Krankheit. Unheilbar, oh Gott, Sie arme aber auch. Ja, und wie lange haben Sie noch? Wenn ich Glück habe, noch drei Monate. Und bist du gleich, wie ich das wäre cool? Später mit dem Rollstuhl gibt's im Himmel den schicken Rollstuhl. Hey, Mutter, das ist ja wohl das Allerletzte. Mach das so rausgekommen, sonst werde ich echt gereicht. Es tut mir schrecklich leid, aber Herr Mutter ist in letzter Zeit irgendwie immer so behindernfeindlich. Oh, no, no, da, 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 da sind Sie so ganz alleine und traurig. Als ich krank wurde, pflegten mich zuerst mein Mann und meine jüngere Schwester. Aber ein paar Tage, nachdem ich die unheilvolle Diagnose erfahren hatte, Sie können sich vorstellen, in welchem Zustand meine Nerven sich befanden, kam ich von einem kurzen Spaziergang zurück. Ein letztes Mal wollte ich den wundervollen Sonnenuntergang an der Elbe sehen. Da hörte ich lustvolles Stöhnen aus unserem Schlafzimmer. Ich öffnete ein wenig die Tür. Am nächsten Morgen reichte mein Mann die Scheidung ein und so werde ich meine letzten Lebenswochen wohl allein verbringen. Nein, jetzt sind Sie abweich bei uns. Sie sind ein sehr liebenswürdiger junger Mann. Irgendjemand hat alle Städte gerne aus dem Himmel geholt und in ihre Augen reingetan. Wie romantisch. Würden Sie mich jetzt auf mein Zimmer bringen? Ja. Ja. Gerda, was ist denn? Das ist sie. Wer? Die Frau, die die Quote in die Höhe treibt. Das ist sie. Die Frau, die meinen Quote in die Höhe treibt. Also bei mir treibt die überhaupt nichts in die Höhe. Und ich gehe jetzt auf die Wache. Vielleicht hilft mir deiner Kollegen hier beim Kürzmodizien Freijand. Und ich muss noch den Clubraum herrichten für deine Großmutter. Oma Lissi, was will die denn hier? Sie will eine Partei gründen und die erste Versammlung soll hier sein. Was denn für eine Partei? Na ja, bei Oma Lissi. Der Deutschlandvortrag. Ich muss noch die Wände neu streichen. Jetzt rate mal in welcher Farbe. Nee, manche Behinderung gehen mir echt auf den Sack. Nee, die ist so toll. Oma Lissi? Nein, Madeline. Lotz, ich freue mich so für dich. Auch wenn es nur für drei Monate ist. Du meinst nicht, da gibt es vielleicht noch in den Schraunz. Du warst, John Schmidt, was kann ich für Sie tun? Heiß. Ja, das kann man wohl sagen. Wir kriegen einen Frühlingssturm. Ich heiß heiß. Walder Heiß aus Hanau. Ja, das ist gut. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Nichts sage, gleich habe ich es. Gleich habe ich es. Das ist, das ist. Maria, alles aus. Das darf doch nicht wahr sein. Hält der Knall, kommt mich für meine eigene Mutter. Mir reicht's. Ich spiele Vorhaut. Ich ziehe mich zurück. Jetzt weiß ich da. Jetzt muss ich mal was sagen. Entschuldigung. Ist das Klöderbäckchen da? Nein, aber ich bin Aris. Das ist Klöderbäckchen. Ach, du warst das am Telefon. Ich dachte schon, das war eine Störung in der Leitung. Da habe ich gleich wieder aufgelegt. Ich sage mal, beim Klöderbäckchen, da kriege ich zur Begrüßung immer so ein Konjekchen, so ein Weinbäckchen, so ein Weinbäckchen. Wenn man so ein Fleisch in der Hand hat, da würde ich sagen, wenn einer immer, Peter packt Petra, Pimmel passt prima, Parise platzt Pimm, darauf ein Düsseldeng. Ja, 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 ja. Ein Einstel oder ein Doppel? Doppel. Ihre Frau liegt kaum noch. Meine Alte hier, um Gottes Wille, bloß das. Ich bin froh, wenn die da haben, wenn einer vor dem Fernseher sitzt und ein Sofa mit der dicke Brille und der Schneckschehmer, weißt du, da fällt mir alles zusammen. Das ist doch, das ist doch. Nichts sage, ich hab's gleich. Das ist doch. Johnny's Solo. Sag ich doch. Seit seinem Supero-Konzert vor 20 Jahren im Frankfurter Waldstadion bin ich sein größter Fan. Der Freie Lied bei dem Schwachstack. Das war meine erste Single, Johnny. Die hab ich bei Radio-Team an dem Murmlerland gekauft. Hier, komm, mach's nochmal. Ich sing's noch einmal, Johnny. Was? Freie Liebe im Schlafsack. Hey, hey! Wollte das noch? Sicher. Ja, warte. Zwei, drei, vier. Freie Liebe im Schlafsack. Hey, hey! Freie Liebe im Schlafsack. Hey, hey! Freie Liebe im Schlafsack. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! 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 Hey! Hey, hey! Hey, hey! Ihr sagt jetzt gleich mal ein Urlaubsziel, wir machen Reimen drauf, ja? Ganz einfach. Ihr ein Urlaubsziel, wir reimen. Aber wie haben wir das auf Mallorca? Erstes Urlaubsziel? Kap Verden. Kap Verden. Mit der Urstaun. Moment mal, ich hab einen anderen, ja? Außer Urlaubsziel, keine Krankheiten hier. Kap Verden. Mit Gavi am Strand, der Kap Verden. Ja, da fickten wir in lauter Scherben. Gavi am Strand, der Kap Verden. Da fickten wir in lauter Scherben. Wiedertrieben, wie er es in Herd denn? Was bist du denn, die Schüße? Doch, sag mal, ich bin so ein Urlaubsziel. Können wir mal nicht mehr drauf haben, hier. Wir lassen mal die Haare auf, Adi. Hier vorne, die hat meine Haare auf. Und so dran. Sie haben den Rohrgebissen zurecht, gell? Das ist ganz hochgerutscht. Dann lasst die Flecken nachher wieder weg, da so. Beide. Wange hoch. Wange hoch. Bitte sehr. Ich, 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 ich fuhr mit Brigitte nach Wange hoch. Da sagte sie, sie sei Jungfrau, aber sie lobt. Ich fuhr mit Brigitte nach Wange hoch. Da sagte sie, sie sei Jungfrau, aber sie lobt. Jungfrau, 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 Jungfrau. Noch ein Urlaubsziel. War Holland? Thailand. Ist doch kein Ziel für Frauen, aber. Thailand. Das ist gut, das ist ein Ziel für Kinderficker. Was? Thailand. Ich fuhr mit Petra nach Bangkok, Thailand. Thailand. Hinterher sprach sie, oh, Thailand. Ich fuhr mit Petra nach Bangkok, Thailand. Da sagte sie später, oh, du mein, Thailand. Na, 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 na. Jetzt bringen wir das ganze Sache, die ganze Sache mal ein bisschen auf Niveau, würde ich sagen. Und zwar nennen wir mir jetzt ein Urlaubsziel, ein Urlaubsziel, was so in Richtung Hanau geht. In Paris, gerade unterm Eiffelturm, da liebt ich dich im Frühlingssturm. Ein Mädchen aus Saarbrücken, das ging auf ihren Krücken. Sie konnte sich nicht bücken, drum war sie schlecht zu... Bumse! Walter! Moment, das ist ja zu, da Menschen verwarfen, sobald ihr jagen lasst. Geh doch mal ins Himmel, komm. Genau, geh nur auf die Kapwerden und fügt da deine Herden. Das ist mir mir jetzt sehr, sehr unangenehm. Das war sehr mutig von ihm. Na? Lutz? Du bist ein toller Mann. Äh, äh, ähm, ähm, Madeleine. Einer von uns beiden muss jetzt was gestehen. Und, 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 das bin ich. Ich glaube, ich, ich, ich hab nicht, bin ich, verliegt. Das geht mir genauso, Lutz. Ja? Aber du darfst deine Jugend nicht an jemand wie mich vergeuden. Du, was? Das ist doch Unsinn, Madeleine. Was willst du mit mir schon anfangen? Du, meine Madeleine, es ist Frühling, die wir, wir können zusammen über blühende Wiesen hüpfen. Lutz! Du, ich, ich trage dich. Nun, und im Sommer, da, da stürzen wir uns zusammen in die großen Dünnen der Nordsee. Lutz, quäl mich nicht. Ich hab'n Schlauchboot. Und im Herbst, da, da lassen wir uns zusammen, ähm, gleich Drachensteigen. Ja, und du bindest die Drachenschnur am Rollstuhl fest. Entschuldige, Gön. Was würdest du im Winter mit mir machen? Ja, in dem, in dem, in dem Winter, da, da kuscheln wir uns zusammen vor dem Kamin. Nur du und ich. Die ganzen Akt. Und du, Lutz, zeigst mir deinen Vlog-Party. Oh, oh, oh! Lutz, ich, ich vergehe vor Verlangen nach dir, aber die Türen der Leidenschaft sind für mich verschlossen. Was? Für, für immer? Für immer. Oh Gott, Madeleine. Es gibt ja nicht so niemand auf der ganzen Welt, der dir irgendwie helfen kann. Nein, ich habe alles nur Menschenmögliche probiert. Ja? Du, warst du auch schon im, 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 im Internet? Lutz, das hat doch keinen Sinn. Kapierst du das nicht? Nein, Madeleine. Einer von uns beiden kann das nicht verstehen. Das ist ganz einfach. Du, Sigi, der hat ein Internet-Terminal im Keller. Lutz, machen wir doch bitte keine Hoffnung. Ich bin schon so oft enttäuscht worden. Lutz, lass es mich doch probieren. Da kann man praktisch alles, alles finden. Ich gebe einfach ein www.paxi-maxi-dose.de, dann werden wir es hier sehen. Ich liebe dich, Madeleine. Ich dich. Auch. Ich liebe dich. Frühlingssturm. Frühlingssturm. Operation Frühlingssturm. Na endlich. Geile Tarnung. Ich habe die Millionen Koffer dabei. Das Codewort? Die Tauben. Die Tauben. Die Tauben. Ich bin doch nicht taub. Oh, Frucht. Nein, nein, danke. Ich bin nur ausgerutscht. Wollen Sie sich nicht erst mal hinsetzen? Nein, nein. Ich wollte sowieso gerade los. Ich muss dringend zum Arzt. Siegfried? Hm? Ist die Parteizid gerade schon fertig? Ja, Oma Lissi. Sie muss nur noch trocknen. Siegfried gut. Nein, nein. Siegfried gut. Oh, 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 oh. Ich habe ein E-Mail geschrieben, jetzt... Oh Gott. Paul, des accommodationen. Dann habe ich die Notze mit der Parteigegründung. Arja! Runde, was meinst du, es schaffte ich, die fünf Prozent hört? Was? Nur fünf Prozent? Die ist, die dying aufs Haus. Ist das auch nicht weiter, hier an Bord? Ganz ruhig ist das klar, hübsch die Händchen auf den Tisch Nicht, dass sich hier ein von euch bei irgendwas erwischt Wobei es keinerlei, hey wir blicken eure Tricks Und dann mieten wir euch rum, bumm, dann kennen wir nix Vorhin auf dem Damen-Tag, quatscht uns einer an Ey, hast du mal ne Mark? Da war er schon toter Mann Und hinterher, da haben wir es ihm das deutlich gesagt Wie ihr kennt's nun mal den Job, wenn uns einer was fragt Ha! I want time, zwei wie ne eins I want time, bei Daumen kennt er kein I want time, keine Witze sonst brav Geh euch die Kürze aus der Witze Wir fangen ja mit der Bahn Oder auch mal mit dem Bus Aber manchmal fährt er nicht da lang, wo man gerade hin muss Echt, dann schütten wir die Knappel und fragen natürlich an Ob er uns zur Liebe nicht den kleinen Umweg machen kann Wir kommen niemals zu spät Also das ist erstmal klar So wie neulich, als mein Fußballspiel schon Halbzeit war Da haben wir uns ganz einfach kurz den Schiedsrichter gegriffen Der hat für uns das Spiel normal, man vergiftet I want time, zwei wie ne eins I want time, bei Daumen kennt er keins Heiner und Heinz Keine Witze sonst brav Wir euch die Kürze aus der Mütze Wähler sind uns praktisch noch nicht einmal passiert Wir wissen überhaupt nicht, wie man Wähler buchstabiert Müssen wir auch nicht, wir wissen nur eins Der da ist Heiner Und das ist Heinz Danke Heiner und Heinz Keine Witze sonst brav wir euch die Kürze aus der Mütze Wir haben hier ne Verabredung Schönes Wetter heute Operation Frühlingssturm Die Tau... Heinz Haben wir nicht was vergessen? Heiner, ich hegel das Ey, Milchschnitte Du räumst jetzt mal den Clubraum auf Der ist gerade frisch gestrichen Heinz, er versteht uns nicht Mein Freund hier Der hat ein schweres Herz Der darf sich nicht aufregen Also räumst du jetzt den Clubraum auf? Ich gehe dann mal die Farbe, bitte trocken Pusse Ich hab's gewiggelt Die Tauben kacken auf das Dach Ah ja Die Tauben Geile Tarnung Hier ist die Ware, hier in der Tarnzimmer Zwei Kilo Astreiner Stoff Frühlingssturm Hergestellt in unserem Labor in Danzig Danzig, gerne Einzelnen abgepackt Reinheitsgehalt 95% 95%? Ja Das halte ich nicht aus Ey, das kannst du beliebig strecken Ja, hier, testen Ich mag keinen Kuchen Sie mag keinen Kuchen? Cooler Spruch Wo ist der Koffer mit dem Geld? Koffer? Das gefällt mir Absoluter Profi, Heinz Nicht ein Wort zu viel Sag ich doch Okay, dann sind wir fertig Heinz! Haben wir nicht was vergessen? Die Milchschnitte! Heine, ich regle es Äh, ja? Weißt du, wer wir sind? Klar Werner ist Heiner und du bist Heinz Er versteht uns nicht! Du kennst uns nicht Du hast uns nie gesehen Klar Ich hab's geregelt Jetzt tschüss, Heinz Scherz Überrasch an uns Scherz Eins Kannst du darüber lachen? Vielleicht später Ich hab's geregelt Kennt ihr Geile Tönung Wer war das denn? Das Das waren Heiner und Heinz Die hab ich nie gesehen Boah, mit Torte War nicht klar, der Spirak Gewurzt hat? Hm? Boah, die sieht ja lecker aus 95% Zahne Die wollen mich umbringen Die beiden Russen Ah ja, die, 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 die Russen Mit Fett Ah ja, die, 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 die Die, 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 die Ja, die, die, die Bonjour Eh, boh, boh Ben Mein Name ist Professeur Dur-Doc 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 Der Doktor 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 Der Bestproblem kenn ich Ich war noch nicht fertig Oh, pardon Doktor Doktor Jean-Jacques Gellinghusen Ich habe bekommen eine Nachricht aus die Pension Schmiede Ein E-Mail? Du hast etwas von mir Sie haben geschrieben auf Sie mei Und ich bin sofort gekommen, Ihr Ehren Der Odo-Bond, der... Und die... Können Sie... Pazin, Maxi, die Dose... Eilen? Meine Schnicker Freund Ich eile jede Krankheit Ich brauche nur ein klitzekleines Stückchen Gesunde Haut von die Opfer Und die Pazin dort schon Klone ich Ihnen eine Funkgängergebäude Gänges und dem Menschen Äh... Klonen? Ich bitte, dass Sie abfangen die Taschen Das ist doch meine Meinung Aber die Quacksalmer vor die Sorbonne Haben meine Qualität nicht erkannt Aber ich lasse mich nicht aufhalten Ich werde sein die erste Doktor Die wird klonen Einem Menschen Toll Ey... Ich hatte da noch mal meine Frage Und zwar... Jetzt bezahlt das die Kasse Sie müssen nur die klitzekleines Stück von eine Million dazu bezahlen Oh... Das ist ja verpasst geschenkt Ich... Ich werde auf jeden Fall versuchen Das... Das geht so schnell wie möglich aufzutreiben Sie schicken mir wieder eine Emaille Wenn Sie ab den Erfall Da... Oui, oui Danke kurz Au revoir, Monsieur Au revoir Das muss ich zu Porn Madeleine erzählen Professorchen Opération Opération Quel plaisir Ich bin nicht sücht Komm schon mal Ja Oh... Eine Tasche von den Krokodilen Ein Pass Ja 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 Was ist das? Sein Taschentuch Das glaube ich nicht Doch Das ist nicht möglich Doch Madame Das ist die Werbung Meine Damen und Herren Die Bansion Schmidt ist die einzige Serie auf die ganze Welt wo Sie können bestimmen die Werbung Sie nennen uns drei Produktnamen und wir zeigen Ihnen drei Werbespots Ich höre Ihre Vorschläge Hohe Pärenmarke Ein bisschen lauter Madame Bitte, 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 meine Ohren sind zugewachsen Bitte Forts, die tun was Hab ich gehört Pampers? Ja, ich höre schon Wirklich? Wissen Sie, dass wir das hören jeden Abend? Pampers? Aber ich habe noch Forts, die tun was Forts, die tun was Forts, die tun was Oh, gute Ohren, Monsieur Siegfried Forts, die tun was Bärenmarke Et puis Troisième Pardon? Afrikola 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 Dan haben wir Forts, die tun was Und Was macht die dritte? Bärenmarke Bärenmarke, pardon Et la Werbung Forts, die tun was Forts, die tun was Ja, und Forts, die tun bleib Vorsicht hinter dir Ja, ja Ich mach wieder zurück nach Paris Ja, ja Ich glaube, ich muss mit ganz anderen Mitteln da herangehen. Ich glaube, ich steu die Klonette. Ey, Sie krabbeln jetzt alle zu Oma Lissi. Oh, das kann ich nicht. Ja, da fühlen Sie sich wohl. Oh, lalalala. Das ist ja super. Jetzt willst du mit bei Renzo Kill anfangen? Fort, 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 fort. Fort, fort. Die tun nichts. Ob da jemand schnell ne Banane? Ne Banane? Eine Banane? Äh, 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 äh. Ne Ananas? Ja, danke, das war schon ganz schön, Herr Mardaus. Aber für unseren Bärenmarktes fort können wir das nicht gebrauchen. Ja, das hat sich wieder zum Affen gemacht. Wüsste auch nicht, wo sonst man sowas gebrauchen könnte, oder? Oh, lalalala. Das ist eine Sache für mich. Ich weiß nicht, wollen Sie noch mal kontrollieren, Herr Professor? Oh, lalalala. Oh, lalalala. Oh, lalalala. Oh, lalalala. Oh, lalalala. Oh, lalalala. Wo ist der Bisse? Eine Konifere. Konifere. Das Paris weiß das, he? Wo, wo trinken denn den Gärtnern? Äh, 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 äh. Für Tropenkrankheiten. Ah, oui. Kennen Sie die Krankheit? Ganz berühmte Krankheit. Afrika, aber nur mit Cola eilen. Meine Damen und Herren, Sie haben die Wirklichkeit und das ist einmalig speziell für Sie. Sie können zwei Häuser weitergehen in die Tivoli. Dort sehen Sie nämlich ab dem 2. Mai Sixty Sixty Geil und da liegt am Ganges weil ich's Lied an der Seine doch, dass ich so verliebt bin, das liegt an meinem Weg. Zurück, zurück, zurück! Das glaube ich nicht. Doch! Das ist nicht möglich. Doch! Madame! Mademoiselle! Oh, pardon! Das ist die... Das... Das ist die Schleim von die Führer! Ja! Sie sagen es! Die Schleim von die Führer? Woher haben Sie das? 1942 auf dem Ober Salzberg! Ich machte eine Bergwanderung mit meiner BBM-Gruppe. Aber formidable! Da kam uns plötzlich bis der Führer entgegen. Hä? Oh, ja! Mein Frühling stumm kam auf. Ohlala! Der Führer erkältete sich und er musste niesen. Und dann! Da hab ich mein Taschentuch hinter ihm her! Dann hab ich's eingefroren! Und dann hab ich's eingefroren! Ja! 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 Und dann hab ich's eingefroren! Ja! 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 Hallo! Malissi! Oh! Heiliger Eva! Ich bin's! Nadine! Eva Braun! Eva Braun? Ja! Ach! Kommt die auch zu deiner Partei-Versammlung? Oder muss ich mal in meinen Taschentücher nacken? Ja! Oh, Lutz! Nur Marzipantorte! Die ess ich für mein Leben gern! Ja, ich auch! Das ist aber ein ganz süßes Geschenk von dir! Wer hat Sigi dir von unserer Verlobung erzählt? Ja! Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank! Nadine! Hast du mich im Advent gesehen? Wer ist das denn? Das ist meine Freundin! Du hast ne Freundin? Haha! Sigi, hast du schon gehört, Lutz hat ne Freundin! Nicht weiter sagen! Wo ist die Alte mit dem Koffer? Wo ist die Alte mit dem Koffer? Wo ist die Alte mit dem Koffer? Heiß! Ich verstehe! Mit vollem Mund kann man auch nicht sprechen! Mit vollem Mund spricht man nicht! Wenn sie uns nicht weiß, kann ich sie zu tun! Ich bin ein Arsch! Heiner, ganz ruhig, dein Geil am Herz! Ich regel das! Wo ist die Alte mit dem Koffer? Ich nehm, ich nehm! Ich finde es super! Ich fahr da Ida Oberstein und mach die Ida Oja schreien! Oja! Oja! Das ist ja mein Koffer! Heinz! Der Typ sagt, das ist sein Koffer! Sicher ist das mein Koffer! Das freut uns! Ja! Du weißt, was du zu tun hast! Ich bin schon weg! Ja, was ist denn da drin in deinem Koffer? Hm, da sind Prospekte drin! Hm, Prospekte? Na ja, ich bin ja Abelwoll-Vertreter! Abelwoll? Ja! Für die Firma Kotzmann! Hey! Hier liegt die Firma Kotzmann! Hm, hm, hm! Willst du uns verarschen?! Und was ist das hier?! Hä?! Hä?! Linda Langquista und ihre Tittenschwingende Schwester?! Ganz ruhig, ganz ruhig! Lola Langquista! Ich regel das! Ich regel das! Okay? Okay! Pass auf! Wo ist deine Alte mit dem richtigen Koffer? Meine Hand! Die Wand haut! Du bist doch hoffentlich in Hanau! Aber ich sag dir doch nichts von welchen der Linda oder Lola! Ey! Wenn der Koffer in Hanau ist, dann wollen wir unsere Torte zurück! Was denn für Torte?! Ganz ruhig, ganz ruhig! Heiner! Er verarscht doch! Morgen früh um sechs sind wir wieder hier und dann hast du die Torte! Oder Heiner regt sich richtig auf! Willst du das? Willst du das?! Pfff! Gottes Willen! Der mit seinem Herzen! Ich meine, ich besorgte euch eine Sterne Torte! Ihr müsst mir halt Wurse haben, was ihr haben wollt! Schwarzwälder Cash! Russische Charlotte Bienenstich! Aaaaaaah! Pfff! Ekreischtle Torte! Dann seid ihr fertig! Heiner! Haben wir nicht was vergessen? Du hast uns nie gesehen, klar? Sind sie weg? Wer? Heiner und eins! Die hab ich nie gesehen! An Laatstuferon, Just Ludelin, Lola Langquista lässt sich überall lecken. Toll. Luki, Luki. Hallo, Iko. Nutze! Du wollen raus vor, neue Freundin? Woher weißt du das? Sie schicken mir ein E-Mail. Wo sind alles die denn? Ari, der ist auf Hochzeitsreise. Hochzeitsreise? Ari, mach ein Ficki-Ficki mit Mann. Ja, aber in Hamburg hat die das jetzt gesagt. Kann man heiraten, auch wenn man... ...homo 6 zu 11 verandert ist. Du wollen Diko machen? Ja, ähnlich. Du wollen Rasse vor Freundin? Ja, eine bitte. Eine Rasse vor Lutze. Danke, Iko. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Nilksmann rief ich doch. Ich versuch grad jedem'ret zu sparen. Aber vielleicht magst du dir? Nee, aber es ist ein bisschen zu krass, eigentlich. Äh, du haben Pono, hä? Ja, du meinst Lola, Lanquista und ihre Tiffenschwingen in Schwestern. Oh, das seien meine Schwester Svetlana. Ey, du nicht gucke nach Blust von Schwestern, hä? Ja. Oh, looky, looky. Was macht ein Mann mit Fingern in Svetlana, hä? Äh, hier, hier, guck mal. Du, du, du musst jetzt ganz stark sein, ja? Guck mal hier, das da, ne? Das ist nicht der Finger. Oh, ich sage Mamuschka. Dann wir schicken Svetlana zurück. Oh, äh, Mamuschka. Oh, ich gehe zu Bruder Boris, hä? Und Bruder Boris und Igor schicken Mamuschka und Svetlana zurück nach Novosibeschke. Boris! Das hab ich nicht gewonnen. Völlig die Gute zur Bruder. Oh, das wär doch nicht nötig gewesen. Wo denn schon die wunderschöne Torte geschenkt hast? Ja. Wann ist es denn bei dir soweit? Äh, äh, womit? Ach, jetzt lass ihn doch in Ruhe. Er hat sich doch grad erst verliebt. Im Übrigen bist du ne riesen Gepätze, Siki. Warum? Weil bei der Duschein bei jedem Luki-Luki-Rosenverkäufer irgendwelche ihm mit schreibst, wenn ich ne neue Freundin hab. Also, Kinder, wie lange wohne ich jetzt schon hier? Ich kann es euch genau sagen. Elf Jahre, vier Monate und neunundzwanzig Tage. Und dann ist Björn immer noch verklemmt. Wer ist Björn? Mein Rollo von Ikea. Zuck mit! Ich bin dein Mann, und dann mach ich Björn mal locker. Dann fragen wir mal bitte einer, was ich morgen zu meiner Talkshow anziehen soll. Görder, was willst du denn morgen zu deiner Talkshow anziehen? Frag mich nicht! Ich weiß es nicht. Du bist doch magier. Geh, das Meerblaue ist doch schön. Ich bitte dich, das Farbfernsehen, da kann ich nur eine Farbe tragen. Ja, dann zieh doch beide übereinander an, dann kannst du als Testbild gehen. Du bist so geschmacklos, ich kriege. Warte mal, Engel. Da muss ich mal ein bisschen um. Kann ich mal ein bisschen Licht haben? Hier die dritte, vierte? Vierte Reihe vielleicht. Das sieht von hier ganz... Oh Gott. Das ist doch schön aus. Ja. Oh Gott. Kinder, nee. Also es ist ja doch erschreckend, nicht? Was in der DRK-Altkleidersammlung alles zu kaufen gibt. Das ist erstaunlich. Also... Kann man hier vielleicht mal da... Nee, also... Entschuldigung. Also... Wissen die eigentlich, was Angela Merkel mit ihren alten Kleidern macht? Die trägt sie. Nee, wirklich, da kann ich ja gleich den Formilian ziehen. Oh Gerda, wenn du das hier nicht mehr trägst, könnte ich mir das nicht vielleicht für unsere Hochzeit ausleihen? Also wir haben wirklich nicht die gleiche Figur. Nur, das kann mich doch ändern. Ja, das bleibt vielleicht. Gerda! Moment, weil ihr heiratet? Hm? Ja, wann denn? Ja, wir wollten morgen um unsere Verlobung bekannt geben. Morgen um 5.30 Uhr in meiner Sendung Siegfried Wunderbar wie bei Linda dem Mohl. Ich seh' dich schon, wie du hier kniest. Sie heult Rotz und Wasser. Ich steh' zwischen euch wie Margarete Schralen im Magazin ihren besten Tagen. Und dann schenk' ich euch... Dann schenk' ich euch die große natürliche Kinder. Und die Torte gleich dazu! Wunderbar! Morgen um 5.30 Uhr in meiner Sendung. Ja, ich freu' mich! Ja, aber wir... ...wollten eigentlich ganz unter uns feiern. Also ich finde das extrem romantisch. Wir bezeugen unsere Liebe vor Millionen von Menschen. Nadine, das ist ein Lokalsender und das Ganze findet morgens um halb 6 statt. Aber wir können doch die Hochzeit auf Video aufnehmen und uns immer wieder angucken. Bitte! 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 Du weißt ganz genau, dass ich dir nichts abschlagen kann, wenn du mich so anziehen soll. Also gut! Hm? Aber dann dürfen wir keine Fehler machen. Gut! Dann äh... Also ich knie mich dann vor dich hin. Mhm. Und dann nehm' ich deine Hände. Mhm. und dann sag' ich... Mhm. Nadine Schäfer. Mhm. Willst du meine Frau werden? Mhm? Und dann sagst du? Siggi, das hast du wundervoll gesagt. Martin, die Antwort, wie lautet die Antwort? Oh, Mensch! Zwei! Was? Zwei! Zwei Mädels auf jeden Freier! Mann, meiner Schreie! Ich hab mal einen neuen Taschen drin, hab ich rausgekommen. Harte! Du bist so unromantisch, wir üben gerade unsere Hochzeit. Du willst heiraten? Bist du plin, plin? Ey! Ja, wir werden uns morgen in Gerdas Sendung das Jahrwort geben und dann feiern werden wir zusammen. Eigentlich warst du auch eingeladen. Na, die bist du plin, plin? Na, wo feiern wir denn? Im Pasche? Harte, du würdest doch auch nicht an deinem ehemaligen Arbeitsplatz heiraten. Ach, Siegfried! Ich dachte, wir feiern etwas eleganter. Im Landhaus Dill oder in Le Canard. Ah, und wer soll das bezahlen? Ein Feingold im Handschuh oder im Silbersack? Es gibt ja noch irgendwas dazwischen, oder? Siegfried! Fatima! Sieg, ist das deine Mutter? Das ist aber toll, dass ich sie endlich mal kennenlernen darf. Guten Tag, Frau Oetzgül. Ich bin Nadine. Aber Fatima Unkertung bin ich nicht sein Mutterischer. Ich bin sein Frau. Siegfried, das war ein guter Witz, ne? Hottel, das ist doch komisch, oder? Naja, wo? Wo wir noch morgen heiraten wollen, Siegfried? Nadine? Das ist kein Scherz. Das ist meine Frau. Und zwar seit 25 Jahren. Siegfried! Unsere Eltern haben uns verheiratet. Ich war damals zwölf. Wir haben uns seit der Trauung nicht mehr gesehen. Okay? Fatima, was willst du? Nach all diesen Jahren. Siegfried! Mein Vater ist gestorben. Das tut mir leid. Er war ein gültiger Mann. Ja, Siegfried. Er hat aus unserer kleinen Siegelstalle eine große Unternehmung gewartet, Siegfried. Aber jetzt nicht. Ich kann die Merfschaft nur antreten, weil unsere Elke wird endlich vollzogen, Siegfried. Und wann, ich bekomme ein Kindchen von dir. Das wird ja immer schlimmer. Du kommst zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Ja. Wir heiraten morgen. Genau. Siegfried. Wir haben jetzt 8.742 Zieger. Einer Zieger gibt es an einem Tag. 3,725 Liter Milch. Von einem Liter Siegermilch wirken, ich mache 735 Gramm Siegerkäse und 125 Militerein. Die Preise für eine Kilo Siegerkäse ist 4x23 und die Iron kostet 95 Pfennig. Siegfried. Ich biete dir 17% von einem gesamten Jahresumsatz. Für eine nackte Militerein, Siegfried. Harte, wie viel ist das? Halt gleich. Mal 17, mal 364 durch 100. Eine Million Mark. Du bietest mir für eine Nacht mit dir eine Million Mark. Ja, Siegfried. Hier in dieser Koffer ist ein Familienschmuch in Wert von einer Million. Und heute ist meine fruchtbare Tage, Siegfried. Siegfried? Du denkst doch nicht ernsthaft darüber nach. Genau, Siegfried ist ja verhindert, aber ich hätte heute auch mal... Siegfried. Siegfried, was sagt sie? Sie bedauert, dein Angebot ablehnen zu müssen, aber nur ich kann die Million verdienen. Siegfried, das willst du mir doch nicht antun. Finde herrlich ein gutes Angebot, finde ich. Was hast du ihr gesagt? Ich habe ihr Angebot natürlich abgelehnt. Aber, Nadine, ihr könnt doch nochmal darüber nachdenken. Du willst darüber nachdenken? Du bist ja wohl... Total bescheuert! Hotte! Und hat recht! Eine Million Mark, das ist eine Menge Geld. Siegfried, wie kannst du nur auf Vorabend unserer Hochzeit... Ja, es wäre immerhin vor der Hochzeit. Wenn du so weitermachst, dann kannst du Hotte heiraten. Mann, mit dem Geld, da könnten wir in den besten Restaurant von ganz Hamburg feiern. Genau, zum Beispiel in der reißen Ecke. Also du bist wirklich... Ich habe mich 15 Jahre vor dich aufgespart. Glaubst du, mein Mann steht auf so eine vertrocknete, jungfräuliche Bergziege, die mir jetzt ist die Tonne, wenn er mich haben kann? Jetzt durchschuze, wenn ich die Bergziege doch nicht sehe, wenn ich... Wenn ich dich fragen werde, wie wirst du dich entscheiden? Ich hatte niemals eine Chance in meinem Leben und das Schicksal hat nicht gefragt. Uuu, 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 Uuu! Warum mit mir die Schuld alleine gegeben waren wert, nur ich halt geplagt. Uuu, 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 Uuu! Ich habe nie gewollt, dass Tränen um mich fließen, aber was, wenn ich dich denn das kann ... Uuu, 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 Uuu! Wie soll ich mich entscheiden zwischen diesen beiden, denn ich bin nur einmal. Du spielst ein Spiel in dem Feuer, doch wer brennt, das bist nicht du Das ist nicht wahr Der Preis ist unendlich teuer, solche Spiele sind tabu Lass es mich doch erklären Du spielst mit dem Händen, wir fühlen, nach dem Einsatz fragst du nicht Hört mir zu Wir ziehen doch an den Spielen, weil das Herz daran zerbricht Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich kann verstehen, wenn ihr mich jetzt da erhaftet, wünscht mir so, ihr könntet verzeihen Ich würd die Zeit gern rückwärts drehen und weiß noch längst, ich kann nie mehr wie früher Ich hab's nicht gewollt, was ist geschehen, ich hab's nicht kommen sehen und nun ist es zu spät Aber ich auch sage, es hilft nicht, wir gewöhnt, es bringt so mehr Bescheid, ich hab nie mehr Du spielst mit dem Händen, wir fühlen, nach dem Einsatz fragst du nicht Das ist nicht wahr Das ist nicht wahr! Der Preis ist nicht wahr, wie früher, solche Spiele sind tabu Du spielst mit dem Händen, wir fühlen, nach dem Einsatz fragst du nicht Das ist nicht wahr! Mit dir darf man nicht spielen, weil das Herz daran zerbricht Oh nein! Sigi! 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 Ich dachte, du wärst Sigi! Sigi! Was machst du denn mit Mitten im Landtag? Ich pass auf, dass Siggi da nicht reingeht. In Lissis Parteizentrale? Nee. In Cosimas Privatgemächer. Was weiß man so was denn da? Cosi ist doch gar nicht so aus. Da hat doch Fatima untergebracht. Aber wenn er versucht, sich zu ihr zu schleichen, schlage ich ihn tot. Und Gott, mein Ziel ist, wer das will nicht antun. Der liebt sich da. Für eine Million tut er alles. Für eine Million? Hm. Was, du kannst eine Million? Ja, die kriegt das von Fatima für eine Nacht mit ihr. Was, eine Million für eine Nacht? Dann kann ich ja sofort Madelins Operation bezahlen. Mach dir keine Hoffnung. Den Schotter rückt sie nur für Siggi raus. Aber das Geld, das Geld ist ja bei der Nacht. Wahrscheinlich sitzt sie da mit ihrem fetten Arsch drauf. Lutz, kannst du mich eine Minute vertreten. Ich muss in die halbe Nacht dringend aufs Klo. Ja, klar. Das ist leid von dir. Und wenn Siggi kommt, dann... Oh, zack! Ja, jetzt zack. Du kannst dich auf mich verlassen. Oh, zack! Oh, zack! Oh, zack! Oh, zack! Oh, zack! Aber du, haben Sie Siegfriede gesehen? Nein, leider nicht. Möchten Sie was trinken? Ja, aber kein Alkohol. Ja, 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 Wasser. Ich muss Siegfriede unbedingt finden, vor der Sonne. Ja, wegen der Millionen? Ja, auch wegen der Millionen. Ja. Ja, ja, ich, 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 ich gehe dann mal schlafen. Hups, haben Sie den nicht ausgemacht? Äh, oh, nein, das, 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 das muss die Sicherung sein. Ich, ich, schaue noch mal nach. Oh, hallo, Lutz, willst du das? Oh, hallo, Siegfriede. Oh, Siegfriede. Oh, ich, 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 schaue noch mal nach dem Licht. Oh, Siegfriede, wo bist du? Oh, ich, ich bin jetzt, Fatima. Oh, Siegfriede, habe ich schon lange auf dich gewartet? Oh, ich habe dich auch jetzt vermisst, Fatima. Ja. Siegfriede, warum du stopperest so? Ach, Siegfriede, warum du stopperst so, hm? Geh, weil, äh, 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 weil ich nicht so begiere. Ach, Siegfriede, komm, dann sitzen des Leikierskunden. Nein, nein, nicht, komm, sonst sind Goosi's Zimmer Gehen. Ah, Siegfriede, 25 Euro, weißt du, wie lange es das seit, hm? Lutz, wo bist du? Siegfried! 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 Mach mir der Bergzeuge! Mit Anita am wilden Strand von Mündert trieb sie es mit einem Föhn. Männer sind Schweine! Männer sind Schweine! Nur nicht aus Liebe weinen! Nur nicht aus Liebe weinen! Aber Tränen lügen nicht! Siegfried! 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 Zurufe! Du lästens ab! Du lästest ab! Du lästest ab! Johnny, ich brauche einfach jemanden zum Kuscheln. Kuscheln? Kuscheln? Warte mal, das geht nicht. Du bist auch nicht schlecht für mein Himmel. Fick mir, aber kuscheln. Goodbye, Johnny. Hilfe, Sabotage! In fünf Minuten beginnt meine Sendung und das Licht ist aus. Siegfried! Der ist da drin und zerstört unser Glück. Mein Gott, da bist du hier. Mach sofort, dass es wieder hier wird. Was denn hier passiert? Nee, darauf falle ich nicht rein. Was ist denn dein Liebling? Ich bin nicht dein Liebling. Entweder die Ziege oder ich. Ich war die ganze Nacht mit Hottir im Silbersack. Und die Polterabendfeuer. Und auf dem Nachhauseweg hast du noch einen Umweg über den Balkon in Cosis Zimmer gemacht, um mit der fetten Tonne zu poltern, hä? Ich weiß nicht ganz genau, was schneller ist. Deine Eifersucht oder deine Lautstärke? Meine Eifersucht? Kinder, wunderbar, wunderbar. Hebt euch bitte alles für Nadine auf. Ich hab euch gehört. Nadine, ab in die Maske. Sieg den Baudenzett auf. Ja, ich war ja schon. Oh Gott, Kinder, es ist ja schon 5.28 Uhr. Kinder, es ist ja wunderbar, dass ihr alle da seid. Kann ich euch einmal hören? Einen Applaus mal bitte eben. Ja, danke, 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 danke. Kinder, oh Gott. Das Wichtigste ist, ihr habt mich noch nicht gesehen, ja? Keiner hat mich gesehen. Ich komm gleich. Oh Gott. Seid einfach spontan, ja? Seid zu mir, seid spontan, Kinder. Vorspann. Vorspann. Hey, du mache Lucky Lucky Deutsche Fernseh. Du guckst Hamburg 5. Ich brauche gerne. Live aus Funktion Schmitte. Erste Top-Show im Deutschen Fernseh. Hey, hier kommt Frau Guedder. Du machst einen großen Applaus. Hallöchen Kinder. Herzlich willkommen hier live in der Pension Schmitte zu meiner Talkshow Guedder. Hol den Hammer raus. Heute zum Thema Liebe ohne Sex. Kein Problem für mich. Kinder, mein erster Gast ist mein Überraschungsgast. Das heißt, ich weiß natürlich, dass sie gleich kommen wird. Aber sie hat von nichts eine Ahnung. Ich werde sie jetzt mit einem kleinen Anruf überraschen. So. Hallo Madeleine. Here's together. Madeleine, kommst du mal eben runter zur Rezeption? Du hast Besuch. Ja. Bis gleich. So, genau hat geklappt. Madeleine ist unterwegs. Madeleine ist unterwegs. Es dauert jetzt ein bisschen, ja. Warum? Werdet ihr gleich selber sehen. Zeit für einen kleinen ersten Verkehrshinweis. An der Saasner Chaussee Ecke Volksdorfer Damm steht eine Kuh auf der Fahrbahn. Ja, hier ist sie auch schon live in meiner Sendung. Madeleine. Wo bin ich? Du bist im Fernsehen in meiner Sendung. Gerda holt den Hammer raus. Heute zum Thema Liebe ohne Sex. Kein Problem für mich. Und ich glaube, da kannst du einiges zu sein. Nicht wahr, Madeleine? Weiß gar nicht. Oh mein Gott, jetzt setze ich erstmal hin. Kinder, das tut mir schrecklich leid. Aber Madeleine leidet gerade an dieser schrecklichen Krankheit. Dieser Paxi an die Dose. Ja, also deshalb hat sie in letzter Zeit ja auch überhaupt keinen Sex gehabt. Nicht wahr, Madeleine? Nein, nein, leider nicht. Aber glücklicherweise gibt es ja einen jungen Mann, dem das alles überhaupt nichts ausmacht. Und warum Liebe ohne Sex für ihn kein Problem ist, wird er uns gleich selbst erzählen. Es ist gleich 5.45 Uhr und hier kommt Lutz. Oh mein Gott, ich hab doch gesagt, es soll hier rauskommen. Ja, ja, ja. Liebe ohne Sex ist kein Problem für mich. Ja, Lutz, du hast dich also in Madeleine verliebt. Ja, gleich als sie hier reingehoben ist. Da hab ich gewusst, die ist es. Ja, und dass du nicht mit ihr ficken kannst, ist für dich über... Oh, Entschuldigung. Dass du nicht mit ihr ficken kannst, ist für dich kein Problem, ja? Nein, nein. Ja, das heißt, du warst schon, aber jetzt nicht mehr, weil... Weil du eine Überraschung für sie hast. Ach ja? Na, Madeleine, ich hab jemanden gefunden, der kann Paxi-Maxi-Titose heilen. Was hast du? Ich hab auch noch eine Überraschung für dich, denn dieser jemand ist heute live in meiner Sendung. Es ist kein geringerer als der berühmte Pariser Professor Dr. 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 Kelly Hüse! Bonjour, meine Damen und Herren, meine liebe Gerda, du hast schon wieder vergessen, eine Doktour. Mein lieber Jacques-Jacques. Bonne-Spa, Bonne-Spa, Bonne-Spa. Bonjour, meine Damen und Herren, mein Herr. Wir kennen uns bereits. So, Jacques-Jacques, du willst also die kleine Madeleine operieren. Wie denn eigentlich? Ich habe entwickelt eine todsichere Methode. Ich brauche nur ein klitzekleines Stückchen von der junge Frau. Was brauchen Sie? Nun, irgendeine gesunde Teil. Sagen wir eine halbe Ohr oder eine Augabfell oder am besten gleich die Geirne. Wenn wir von Sachen abschneiden, haben Sie aber nichts zu sagen. Zur Nordreicht auch ein bisschen Schleim. Daraus baue ich mit meiner revolutionären Methode eine funkelne, nagelneue, kerngesunde Menschen. Aber ich will so bleiben, wie ich bin. Also, Schätzchen, das darfst du nicht. Ich wette das. Wenn Sie erst haben gesehen, meine nagelneue Madeleine, Sie werden werfen die Alte in die Mistkübel. Ja, dann muss ich doch einfach mal sagen, top, die Wette geht. Jean-Jacques, fang an mit der Operation. Die Zeit läuft ab jetzt. Mit die größten Vergnügen. Haben Sie die Million? Eine Million? Oh, das tut mir leid. So viel Geld habe ich leider nicht. Oh, ich hatte mir schon solche Hoffnungen gemacht und jetzt schon wieder so bitter enttäuscht zu werden. Oh, meine Kinder, das spürt mich jetzt aber. Wir brauchen ja nur ein klitzekleites Millionchen. Öffnet eure Portemonnaies und bringt ein Opfer für die Liebe. Moment, 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 Moment. Ich habe jetzt schon die ganze Nacht eine Opferliege gebracht. Nur mal mal kleben. Hier, hier in diesem Koffer habe ich für dich Schmuck im Fett von einer Million. Lutz, du hast eine... Oh, Moment, 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 Moment. Einer von uns beiden kann wieder gehen. Und nun das bist du. Lutz, deine Liebe hat mich geheilt. Gott, das ist spontan der Heilung meiner Sendung. Applaus, Applaus, Applaus. Applaus. Was ist jetzt, meine liebe Gerda, bekomme ich jetzt die Ehren von der junge Dame? Jean-Jacques, siehst du, was sie lieber gebraucht. Das haben die Ehren von die Solbönen auch gesagt, aber ich lasse mich nicht aufhören. Jetzt beginne ich mit die Schleim. Boah, Jean-Jacques und sein Schleim. So, Kinder, jetzt lass das mal machen, ihr seid schon gar nicht mehr im Bett. Ja, und das bist du. Komm, lass uns das nächste Mal stehen. Auf Wiedersehen. Kinder, da haben wir ja in Sekunden schneller ein Niveau erreicht. Da wird's Birte Karallus nach Hause entschwier haben, noch runter zu bleiben, nicht? Oh, wie sieht das denn hier aus? Nee, ist das heiße Chaos. Mein nächster Gast ist nämlich die Ordnung in Person, müsst ihr wissen. Sein Leben ruht auf drei Krücken, seiner blitzsauberen Mietswohnung, seinem geleckten Schrebergarten und sein Ausfliegen auf die Reeperbahn. Er kommt heute mit einem kleinen, selbstverfassten Liedchen zu uns aus Hanau weiter. Ich bin kein Kind von Traurigkeit, es sieht mehr mir gleich an. Ich küsse gerne schöne Frauen wie jeder echte Mann. Drum lebe ich diesen schöner Art, wo mich so glücklich macht. Die Re, die Re, die Re, die Reeperbahn, die Reeperbahn bei Nacht. Die Re, die Re, die Re, die Reeperbahn, die Reeperbahn bei Nacht. Bei uns in Hanau sind die Frauen nur schwer zu animieren. Die lassen sich von Fremden hern sogar netten verführen. Es ist hier was ganz anderes, hier haste nicht ohne Grund. Die Re, die Re, die Reeperbahn, da geht es wirklich stund. Die Re, die Re, die Re, die Reeperbahn, da geht es wirklich stund. Ich liebte dufte Weidewelt mit ihrem Sechsebier. Drum komm ich hier so oft, ich kann und wie's der klare will. Dann lasst mich eins begrabe sein an diesem schönen Ort. Die Re, die Re, die Reeperbahn, da muss ich net mehr fahrt. Die Re, die Re, die Reeperbahn, da muss ich net mehr fahrt. Walter aus Hanau mit einem interessanten hessischen Volkstil. So weiter nimmt Platz. Hanau, deine Heimatstadt. Ist ja wohl eher tote Hose, nicht wahr? Na ja, ich mein, warst du schon mal dort? Ich bin doch nicht nie, wenn es müde. Eben. Weißt du, Hanau, das musst du dir so vorstellen, wie wann ich abends zu meiner Alte ins Schlafzimmer komme. Ah ja. Na, du ziehst nichts mehr. Tote Hose eben, nicht? Walter, was machst du dann auf der Reeperbahn? Also, mein erster Weg, der führt mich immer zu Was. Was? Na, Was. World of Sex. Ach, sowas habe mir na, na auch net. Und da kaufe ich erst mal richtig ein. Der ganze Koffer ist voll. Willst du mal reingucken? Der Rasen, David. Hier, da habe ich jetzt... Moment mal, wo ist dann jetzt das Heftchen von der Lola Languista? Na ja, ist ja egal. Ich muss jetzt erst mal was anderes fragen, Gerda. Sag mal, diese Sendung, die kann man doch nur hier in Hamburg gucken, oder? Ja, hier ist es doch in Pinneberg oder in Helmshort. Bin ich jetzt aber beruhigt, weil ich habe schon Angst gehabt, dass mir die Waltraud in Hanau zugucken könnte. Walter! Aber, wo du sagst, Walter, fällt mir ein, im Nebenzimmer sitzt die ganze Zeit eine ganz reizende Frau, die alles hier beobachtet. Nein, es ist eine sehr attraktive Frau. Ist das die Lola Languista? Nicht ganz. Es ist aus Hanau, deine Frau Waltraud! Hallo, Gerda. Hallöchen. Hallo, Schnuggelsche. Schnuggelsche? Jetzt hat sie es ausgeschnuggelt. Wissen Sie, Gerda, ich habe mir schon die längste Zeit gedacht, dass der Kerl nicht nur zum Ebbelwäuverkaufen nach Hamburg fährt. Ja, aber die Hamburger, die sind doch ganz wild. Lola Languista? Na ja, das ist doch Schauspielerin vom Monsersterne. Doch, kein Kappes. Ich will jetzt wissen, was du in deinem Koffer hast. Die sind als nur Geschenke für dich drin. Bitte. Frau Gerda, ich möchte zu gern in seinen Koffer reingucken. Ja, dann komm doch hier und schau einfach rein, Waltraud. Gerda! Ich fühle mich ganz wohl hier auf dem Sofa. Ich schwitze gern. Aber es geht nicht. Ach ja? Und warum dann nicht? Walter, du gehst hier sofort nach hinten, damit Waltraud herkommen kann. Nein, das kannst du nicht machen mit mir. Ich bin hier. Gute zu mir, ich koffe. Nee, das koffe nicht in die Tür. Die hier Sachen verstecken gibt's bei mir nicht. Waltraud, gut schaust du aus. Hör mir da auf mit dem Süßholz raspeln. Lass mich jetzt durch. Waltraud, was willst du dann im Fernsehen? Komm, wir fahren nach Hanau. Nix da. Lass mich durch. Ich guck jetzt in dein Koffer rein. Ah, Drecksau. Aber schnucke ich. Lass mich durch. Gott, Kinder, nee. Also, ich kann keine Gewalt im Fernsehen vertragen. Tut mir leid. Ja, da kommt sie ja auch schon direkt aus Hanau in meine Sendung. Hier ist Waltraud. Waltraud, komm, jetzt sag dein Satz. Mein Mann, der ist ein Drecksau. Ja, vom Schnuckelchen zur Drecksau. Nicht, das geht manchmal rasend schnell. Weiß ich, Gerda, ich hab mir die ganze Zeit schon gedacht, dass der Kerl nicht nur zum Ebelwoll verkaufen oder noch pferde. Und dann ist er eines Tages mit zum losen Weibsbild gekommen. Die hieß Maria Koschwitzki. Oh Gott, das ist meine Mutter. Und ob er mir weiß, Maria, das ist eine Tante von ihm jetzt. Aber jetzt hab ich ihn durchschaut. Gerda, ich will jetzt in sein Koffer reingucken. Das ist ein gutes Recht, Waltraud. Und das sollst du jetzt auch auf der Stelle tun. Hier ist der Koffer von deinem Walter. Und alles da drin, das sind alles Geschenke von deinem Mann für den. Jetzt hab ich dich. Ah, Drecksau. Mein Gott, Walde! Was ist denn das? Hat alles bei Wuss gekaut. Wuss? Was ist das? World of Schmuck. Ich muss jetzt, ich muss jetzt sofort zu meinem Schnuckelchen. Bitte, Walde. Verzeih mir. Der Waltraud aus Hanau. In der höchsten Zeit für eine kleine musikalische Verschnaufpause. Liebe ohne Sex, kein Problem für ihn. Für Mr. Schlaf, sag ich persönlich. Er kommt heute in meine Sendung mit seinem allerneuesten Hit. Eine Weltpremiere, Kinder. Keiner hat dieses Lied je zuvor gehört. Hier ist für euch Johnny Solo. Anita stand auf Blasenbass aufs Strasse. Corinna, nur auf drei. Doris trieb's mit mir auf dem Balkon. Elf Vierer nahm mich dreimal ran auf ihre eigenen Hochzeitsfeier. Franziska vor dem Fußballstadion. Doch seit ich dich hab, ist mir klar, dass das längst nicht alles war. Lass uns Liebe neu entdecken, unsere tiefste Sehnsucht wecken. Lass uns einfach nur kuscheln, einfach kuscheln die ganze Nacht. Ich will einfach nur kuscheln, das hab ich noch nie gemacht. Ich will einfach nur kuscheln, Einfach kuscheln die ganze Nacht. Ich will einfach nur kuscheln, einfach kuscheln. Diesela und Heidi haben mich im Dom auf den Altar gebunden. Isabella sprach dazu ein Sturzgebet. Jens, Klaus, Konrad, Lars, Mathieu und Norbert haben mich gefunden und mich gemeinsam auf den Bauch gedreht. Olga, Pia, Rosa, Bunde, Sonja, Tini und Nundine, Vera, Wilhelmine und Ebon. Polterkammer, Leerat, Schimmer, Frauenhaus und Wahlkabine und der allerletzte Parkplatz vor Heilbronn. Doch seit ich dich hab, ist mir klar, dass das links nicht alles war. Lass uns Liebe neu entdecken, unsere tiefste Sehnsucht wecken. Ich will einfach nur kuscheln. Einfach kuscheln. Ich will einfach nur kuscheln. Einfach kuscheln die ganze Nacht. Ich will einfach nur kuscheln. Das hab ich noch nie gemacht. Ich will einfach nur kuscheln. Einfach kuscheln die ganze Nacht. Ich will einfach nur kuscheln. Kuscheln, nur kuscheln. Lass uns heute einfach nur mal kuscheln. Es kommt jetzt zu uns ein junges Paar und für die beiden sind Liebe und Sex kein Problem. Es sind Siegfried und Nadine! Was macht Fatima denn, was ich nicht habe? Eine leisere Stimme! Herrgott! Zum hundertsten Mal! Ich war nicht bei Fatima, ich war mit Hottie in Silversack! Hinder, bitte! Sagt eure Sätze, ja was? Ja, äh, Liebe und Sex ist für mich kein Problem. Treue ist für mich das Wichtigste in der Liebe. Ja, und meine liebe Nadine, ich habe das ungute Gefühl, dass dein Siegfried dich heute Nacht betrogen hat. Ja, mit einer fetten Bergziege. Hör auf Fatima zu beleidigen! Gernot, wie kannst du sowas sagen? Ich war mit Hottie im Silversack! Siegfried, meine Redaktion, hat natürlich ausführlich recherchiert. Und das Ergebnis unserer Recherche kommt jetzt durch diese Tür rein. Und es ist keine geringere als Fatima! Liebe ohne Sex ist das kein Problem für mich. Aber 25 Jahre sind genug. Präverse Stück! Finger weg von Sigi! Du bist ein Präverse Stück, ja du bist nicht! Vergess mich! Oh Gott, Kinder, bitte gerade gewaltt in meiner Sendung, ja? Wirksch eine nach der anderen. Nadine, kann grad nichts sagen. Fatima, du behauptest heute Nacht mit Siegfried ge... zu haben. Was? Nicht ge... sondern ge... Ja! Sehr interessant, ja. Oh, ganz im Vertrauen, ne? Siegfried war wie ein Vulkanausbruch. Ja, erstaunlich! Siegfried, was sagst du denn dazu? Ich war die ganze Nacht mit Hottie im Silversack! Und wie hab ich's in die Sack versiebert? Tja, da würd ich doch mal sagen, fragen wir am besten mal Hottie selbst! Ja! Sigi hat ganz recht. Wir zwei beiden Hübschen waren die ganze Nacht ein Zechen. So bis halb fünf morgens, hab ich gesagt. Da bin ich nochmal schnell ein Mädel pipsen gegangen. Und Sigi, die alte steile Stecher, der war bestimmt nicht doof, ne? Und hat die dralle Fatima hier so richtig kräftig durchgepipst. Und die Millionen eingesackt! Hottie! Sag ich doch, dass du da warst! Ich war... Bitte nicht alle durcheinander reden, mein Gott! Einer nach dem anderen! Ausländer zuerst, Fatima! Müscht' ich nur sagen, find ich sehr groß von Sigfried, dass er jetzt nicht will zugeben, was es ist passiert zwischen uns letzte Nacht. Nicht zu gefährden sein Bessie, um zu sein neue Frau. Und ich weiß nicht, ob ich so nicht lebe in den nächsten 25 Jahren ohne sein Leben. Aber jetzt ist Sigfried, wo ich... wo ich trage ein Kindchen unter meinem Herz, würde ich nur von den Kindern freuen. Und solch heiße wie er! Sigfried! Oder Sigfried! Sigfried! Ich werd' dich immer lieb haben. Ich... Ich... Ich möchte nicht zwischen euch stehen. Ich wünsche euch alles nur ein danklich Gute. Ich freue eure gemeinsame Zukunft. Und das ist euch nicht petern etwas. Aber davor hast du ja der Million, wo ich hab dir gegeben, Sigfried. Ich bin... Glebnwoll. Gott, Kinder! Ich weiß ja, ob wegen der Million oder wegen der Frau, aber mich rührt das! Mich auch! Siggy! Lass uns die Millionen teilen! Und schwamm drüber! Ich lieb' dich! Aber ich habe keine Million! Also das... Das finde ich jetzt das Allerletzte! Dass du alles für dich behalten willst! Schlimm genug, dass du Sex für Geld machst! Ich würde das nie tun! Oh! Ich glaube gerade du solltest das nicht sagen! Also Nadine, ich glaube nur, das ist ja der Rätsel ziemlich viel Widerspruch, nicht wahr? Ob Nadine jemals Sex für Geld gehabt hat, kann wohl am besten ein Experte beurteilen, den wir jetzt live aus Palermo dazuschalten wollen. Es ist kein geringerer als Rutsche, Nadines ehemaliger Zuhälter! Ich höre hier immer Zuhälter! Ist ja irgendwas an mir vorbeugeschnebert! Hallo Rutsche! Ach du dicke Scheiße! Schwulibär, du altes Bückgestell! Na schönes Wetter in Palermo! Hey Alter! Saber hier nicht rum! Bestes Mützenwetter! Nun komm! Fakten! Fakten! Du hast gehört, was Nadine gesagt hat? Lego! Alter! Ich sag dir eins! Du und mein Text! Je größer die Ticken, je kleiner das her! Hat sie Sex für Geld gehabt! Sag mal! Hast du was auf dem Ohr? Nadine war mein bestes Pferdchen im Stall! Die und ihre Stoßmulde sind schärfer als Penne auch auf die Otter! Hey Knoblauffrisser! Auch du ließ meine Liebe, ja? Alter! Ehrlich! Hast du Stochelsrott in der Tasche oder was? Alter, du gibst hier 17 Prozent! Sonst kann man nicht vom Fußboden abkratzen! Weißt du mich? Klar, gut schön! Okay Leute! Immer mal so, ne? Ja, Utschel, vielen Dank für die sachkundige Auskunft! Das hat mich bisher weitergeholfen hier! Und ich wünsch dir dann noch einen schönen Urlaub im Mercado! Ähm, Palamo! Palamo! Siegel, du hast gehört, was Utschel gesagt hat! Aber ich habe keine Millionen! Ja, Kinder, ihr habt vielleicht keine Millionen, aber ich habe eine riesen Überraschung für euch! Hier ist eure Hochzeitstorte! Weißt du was? Die kannst du hier in die Haare schmieren! Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben! Siki, warte! Was meinen jetzt mit der Torte hier? Na ja, gut, ich meine, Essen ist die Sexualität des Alters! Na, eigentlich wollen wir den Kerl heute haben! Ja, da! Walter! Du kommst mir gerufen! Ich bin dir so dankbar, du hast mich gerettet! Die Waltraut, die ist wie verwandelt! Lammfromm! Na, kleines Gespräch unter Frauen, schon ist alles in Ordnung! Oh Gott, Kinder, ich höre meine Melodie! Wir sind am Ende der Sendung angelangt, wir sehen uns morgen wieder zur selben Sendezeit, am selben Sendeplatz, am selben Ort, dann zum Thema Das war der schlimmste Tag in meinem Leben! Wieder mit dem selben Gästen! Tschüss, eure Gedda! Ey! Du auch Bock jetzt wieder gucken! Hamburg Fuchs Box Show mit Frau Gerda! Mache Lucky Lucky! Ne, ich bin fix und foxy, du! Ohne ich aus! Der Sendetermin, mach mich fertig, Alter! Ich brauche unbedingt einen anderen Sendetermin! Das sage ich doch nicht durch! Ich leg mich erstmal hin, ja? Walter, tu es mir bitte einen Gefallen! Sicher! Komm nicht nach! Also Leute, es war wie immer super nett bei euch! Und ich verspreche euch, die Waltraut und ich, wir kommen ganz bestimmt wieder! Ach du Scheiße! Die Schwarzwälder Herrsch! Ich schaff den Tag vergessen! Dann ist das ein toter Mann! Werbung! Okay Leute, ihr wisst ja! Fangs und Schmidt ist die einzige Serie weltweit bei der ihr die Werbung bestellt! Ihr nennt uns... Gucci! Always! Gucci! Und jetzt und bitte keine! Und eine harte Fohre! Aoe! Aoe! Baumkuchen spitzen! Aoe! Sehen wir dir! Baumkuchen spitzen! Baumkuchen spitzen! Danke! Aoe, Baumkuchen spitzen! Und jetzt noch etwas, was das toppt! C&A! 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 A-O-E-B-Kuchen-Spitzen! C&A! Die Werbung! Oh Gott, ich sehe es jetzt endlich! Hört euch das Wagen hier? Wie, was? Hier, können wir mal ein bisschen Licht hier vorne haben. Kannst du alles abschwecken hier. Von rechts nach links. Ach du Liebe. Ja, guck dir das mal an. Ach du Scheiße. Das ist Betriebsausflug von C&A hier vorne. In England heißt das ja nur Cheap & Off. Super ist angekommen. Kann man alle keinen von sehen. Sag mal, wer bist du eigentlich? Was? Was bist du eigentlich? Bist du die Frau mit der Goldkante? Bist du mich anmachen? Dann hole ich meinen Bruder. Der macht dich fertig. Ich habe hier drin auch, aber ich kann sehen. Die würde ich mir anmachen. Du willst mich nicht anmachen? Ich hole meinen Bruder, der macht dich fertig. Das ist die türkische Falle, die kenne ich. Behalter, versuch du's da mal. Ich würde lieber wieder ausschalten. Also ausmachen mag ich. Was? Anmachen möchte ich die Städte. Ich kann's mal probieren, aber... Versuch's doch mal. Ich hole meine Musa. Oh, das ist gut. Dann mach mal ein Sandwich. Pass mal auf die Lässe jetzt ran. Pass mal auf, Sandwich. Sandwich macht Dicke. Okay, das heißt... Ab und die Dolmungsstabe. Dolmungsstabe. Los, runter. Und jetzt? Hä? Bist du schon drehen oder was? Ich bin schon drehen. Ich glaub, dass das so schnell geht. Komm mal nach Hanau, da teilst du. Obwohl, es hat mir doch ein bisschen appetit gemacht. Was kurz, was denn? Heinz, Heinz. Alles klar? Bin ich's gut oder was? Oh Gott, ja. Hier, ich seh's auch. Oh, nee, Mensch. Die Hand dürfen nicht. Oh Gott. Ja, du siehst richtig. Du siehst das schon. Ich glaub das nicht. Von dem redet der Mann. Der hat mich gemeint. Der hat sich versprochen. Guck mal. Verdammt. Hä? Warum verpisst du dich? Ja. Na, der hat eine kleine kurz Dialog zwischendurch. Ich hatte Sekundenhals. Und was komisch? Zu wem war's? Ich dachte im Dialog mit Gerner wäre unmöglich. Oh Gott, ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Also wir überlegen noch ein bisschen. Ihr geht raus und ladet euch an den Baumkuchenspitzen. Halt mal einen Moment. Jetzt wollen wir aber noch eine Werbung machen, ne? Eine. Eine. Eine machen wir mal. Wir machen jetzt noch eine Sektwerbung. Dann kann ich mal bitte den Sekt haben. Ich möchte ein bisschen Sektwerbung machen. Das hat seinen Grund. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Alkohol. Ja, kannst du den Lippen, ne? Das wäre das erste Mal. Kannst du den Lippen, ne? Kannst du den Lippen, ne? So, danke. Kindergraf zu. Mhhh. Mhhh. So. Du trinkst. Okay, aber nur einen Schluckchen, ne? Also, es geht auch. So. Aha! Wir trinken auf den Kollegen Thilmann Matthaus. Er hat heute Geburtstag. Wuhu! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you, Thilmann! Happy birthday to you! Wuhu! 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 Ich hab keine Ahnung, ob der Typ ist oder tot. Mhhh. So. Ja, das dauert jetzt noch ein bisschen länger. Scheiße, ich hab schlecht stasiert, ey! So, ist da alles was gemütlich hier, ne? Ja. Nebenbei können wir noch was erzählen. Und nebenbei noch zwei Häuser weiter. Und dann gibt's was Wichtiges. Muss ich auch mal gucken. Nicht, Heinz? Ja. Geht es immer ein bisschen, gell? Warum Kuchenspitzen? Also, wir nehmen an, wir haben zwei Häuser weiter, ne? Das ist ein Haus, nicht? Ja, da spielen die Sixties Sixties. Genau. Ja, ja. Und ihr könnt auch hin, ja? Ich hör dich nicht, ey! Ich möchte ein lautes und deutsches... Ja! Na also, es geht ja! Der war bald bunt. Sagen wir mal zurück zum Sekt. Nee. Ja, Stück. Stück. Also Leute, ich sag euch, bei euch war's wie immer super nett und die Waldraut und ich mir komme ganz bestimmt wieder. Das war ein Sech zu viel. Ach! Oh Scheiße! Die Schwarzwelle der Cash. Sch ... Die Schwarzwelle der Cash. Nein! Die Schwarzwelle der Cash. Es ist alles in Ordnung, alles Scherzchen. Ehre kann niemand verwehren. Ries. Toll. Ries, Heinz. Sicher, jetzt ist es offenbar, weil der ist Verlass, der ist weiß ganz Harnau. Jetzt gehe ich wieder zu meiner Hand, ich habe nichts für Hunde. Hey, hey, hey. Deine Alte ist hier. Sicher. Und warum ist dann der Koffer nicht hier, verdammt nochmal, damit wir endlich das Geschäft machen können? Was, dann für Geschäft? Oh, Heinz! Heuer, reg dich nicht auf. Ich regle das. Ab, Abmarsch. Scheiße, gehst du, der Sekt saufen, ich stehe hier drauf. Hunde! Was will dann der komische Mann bei uns im Zimmer? Waltraute, der will den Koffer habe. Und zwar ein bisschen plötzlich, sonst schieße ich dir ein drittes Nasenloch. Aber da ist doch gar kein Platz mehr. Das lässt mir meine Sorge sein. Hunde! Du wirst dich nicht wiedererkennen. Keine Zahnung. Hier ist die Ware. Torte? Was soll ich denn mit der Torte? Immer noch, wenn er gescharrt, geht's wie vorher. Hey, hey, hey. Das ist... Heiner! Das ist mein Schmuck. Das ist mein Schmuck. Der hat mir mein Warnlöcher geschenkt. Nein. Das soll nicht echt. Wer ist eine Million wählen? Das ist deiner gewesen. Du hast jetzt die Torte. Wisst ihr was? Ihr seid ein paar ganz miese Betrüger. Und jetzt? Jetzt rufe ich die Polizei an. Ey! Hilf mir! Die Männer! Die haben Pistole! Sie hat's gemerkt. Von wem redest du eigentlich? Ich seh niemanden. Heinz, das ist ein absoluter Profi. Hör! Heiner? Heiner? Tansionsstrip. Tansionsschmiedlutsch. Hallo, alles steht. Oh Gott, Arrik. Gut, dass du anrufst. Pass mal auf. Ich hab ein Riesenproblem. Ja, ich hab dich gegangen eine ganze letzte Nacht mit der Ex-Frau von Sie ge... 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 Jetzt ist das eine lange Geschichte. Und jetzt gerade jetzt hab ich mit meiner neuen Freundin auch ge... auch eine lange Geschichte, ja. Und so, Arrik. Und jetzt jetzt will sie nochmal, aber ich... So lange da hab ich gedacht, du hast doch manchmal so Mittelchen hier, sowas wie, 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 wie... Agrag, genau. Nee? Schade. Selle... wie? Sellerie, nee. Nee, ich glaub nicht, dass wir irgendwelches Gemüse in meinem Haus haben. Eiweiß. Eiweiß ich doch nicht, ob wir Eiweiß aus haben. warte mal, Ari. Du, hier liegt schon die ganze Zeit so ne... so ne Torte rum. Meinst du, das bringt was, wenn ich die esse? Ja? Gut, dann... dann tue ich das jetzt. Danke, Ari. Äh, äh, Ari? Sag mal, warum hast du jetzt überhaupt angerufen? Damit die Kollegen sich mal in Ruhe rumziehen können. Was? Alles für mich. Ich bin total frustriert. Ich bin scharf, wie ein Rasiermesser, ja, geh ich zu Johnny aufs Zimmer, dann liegt er da mit der fetten Fatima und kuschelt. Das hat mit 16 gemacht. Dann geht es zweizeimal weiter zu Walter, der sitzt auf dem Bett mit seiner Waltraut und frisst Baumkuchenspitzen. Zu Ostern nach einem Amsterbonat. Maria, bitte du, die Party, die ist gerade zu Ende. Wie ist denn jetzt mit dir, hm? Du, wenn, 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 wenn ich recht hatte, dann bin ich bald wieder so weit. Das trifft dich. Pass mal, ich bin schärf den Rasiermesser, ja, wir gehen jetzt gleich zu mir nach Hause. Verziehen wir einen durch, dann gehst du ab wie ne Rakete. Ich hab schwarzen auf da. Du, 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 du bist auf Hunde. Kannst auch grün-Libanesen probieren. Jetzt, mein Liebling, wo bleibst du denn? Du wolltest doch gleich wiederkommen. Ja, der kann auch gleich wiederkommen. Vielleicht können wir ja vorhin noch ein bisschen kuscheln. Wie bitte? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Noch so ein Öko-Weichei. Das ist ein Weichei, wenn ich dir wüsste. Allerdings. Lutz, bevor du in mein Leben getreten bist, wusste ich nicht, welche Gipfel der Lust im Gebirge der Leidenschaft verborgen sind. Lutz, du bist ein Vulkan, ein Erdbeben, ein glühender Meteorit, eine explodierende Sonne. Du bist ein... Ich würde, du bist auch ganz toll. Lutz, weißt du, was Freelingssturm ist? Ja, da sind zwei Luftstriche. Nein, ich gehe rauf, die ist heiß und dann komme ich gerade unten ab. Freelingssturm ist die neuste und schärfste Droge, die auf dem Markt ist. Damit kann man Unsummen von Geld machen. Und ich werde heute Besitz treffen... Du, 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 du handelst mit Drogen. Ja. Was? Aber es ist das letzte Mal, Lutz. Wir werden reich sein. Lass uns nach Rio gehen. Rio, mit dir krieg ich nicht mal nach Ellingen. Du, du, du hast mich belogen. Du bist nicht kriminell. Und was ist mit dir? Hast du nicht mal eine Bank überfallen, ein Weihnachtsmann verkleidet? Wer von euch hat's gepennt? Ich habe die letzte Folge gesehen. Deine Tarnung war nicht gut. Meine war super. Paxi-Maxi-Dose. Du, du, du bist überhaupt nicht krank gewesen. Du, du, du hast mir das alles nur ausgedacht. Und mir meine Liebe ist nur als Schleicher. Und deine Liebe war nur Mitleid. Du hast mich nur wegen meiner Behinderung geliebt. Weil du dachtest, dass bei einer Frau mit lahmen Beinen an deiner Seite dein Stottern nicht so auffällt. Ich muss dich nicht auch noch über meinen Stottern loslegen. Ich muss mir nicht irgendwelche Krankheiten ausgedrängen, um mich interessant zu machen. Ich habe die ganze letzte Nacht da drinne fette Backstiege gefrügelt, damit ich dir neue Stelzen kaufen kann. Ich liebe dich doch so bei deinen Krupp. Mein Stotter, Alter. Mann, ich bin sauer. Ich bin total sauer. Pfeiler, fäng dich auf dich an. Dann kannst du dich regeln lassen. Ich regeln lassen. Hey! Setz dich auf die Stücke. Frühlingssturm. Heinz, hast du gehört, was ich gehört habe? Wenn du gehört hast, was ich gehört habe, dann habe ich gehört, was du gehört hast. Die Tauben kacken auf das Dach. Wird aber auch Zeit, dass sie auftaucht. Geile Zahlung. Sie wird immer jünger. Wo ist das Geld? Wo ist die Ware? Regt die nicht auf. Noch habe ich mich nicht aufgelegt. Wir haben die Ware hier abgeliefert. Frühlingssturm. Einzel abgepackt. In einer Torte. Wie abgemacht. Ich habe keine Torte bekommen. Jetzt reicht sie. Regen die auf. Jetzt reg ich mich. Liebling, was hast du? Was ist los? Heinz, ich glaube, ich weiß jetzt, wo die Torte ist. Da drin. Hast du die Torte gegessen? Quatschkaloper! Wir haben die Ware abgeliefert. Jetzt holt mir das Geld. Ja. Das haben die Jungs von der Hessen-Connection bereits abgeholt und nach Lichtenstein gebracht, wie immer. Die beiden im blauen Mantel? Ja. Einer. Einer. Wenn das Geld nicht da ist, will ich meine Ware wiederhaben. Ja. Und wie würdest du das machen? Wir waren bei Obi. Das könnt ihr mir nicht antun. Ich liebe diesen Mann. Der würde ihn ja nicht verbluten. Oh, no. Sollen wir warten, bis das freiwillig wieder rausrückt? Raus damit! Ich regle das. Sie regle das. Sie regle das. Wir haben einen Arzt hier. Er wird ihn operieren. Professor Doktor, 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 keine Grüße. Sie haben eine Doktort vergessen. Das ist doch jetzt egal. Mein Freund ist in Lebensgefahr. Er hat etwas gegessen, was er nicht essen sollte. Sie müssen das wieder rausholen. Bringen Sie ihn in die Krankenhaus. Ich habe Wichtigeres zu tun. Du! Du schrittst sie sofort auf und habe Pasta. Ohlalalala, meine Herren, wenn Sie mich so charmant beten, wäre ich sofort mit ihr Arbeit bedienen. Schaffen Sie die Opfer auf die drei Söhne. Wohle, du, das hier, natürliche Wende. Heiner, du kannst italienisch. Logisch. Los, komm doch. Beckenranz schwimmern. Hopp, 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 hopp. Auf da. Ein Zug, ne? Ich, äh. Ich kann keinen Sinn. Heiner, ich liebe das. Äh, doch. Mein Freund. Der hat ein schwaches Herz. Der kann kein Blut sehen. Ich werde ihn sofort operieren, sobald die Träsen nicht wieder frei. Oh, mein Längelä. Halt durch, mein Liebling. Ich bin bei dir. Bitte helfen Sie mir, halten Sie die Ahren für die Betäubungsspritze. Heinz, regel du das, hm? Heiner, ist doch nur eine Spritze. Heiner, ist doch nur eine Spritze. Alles besetzt! Heiner, was ist? Sie wird ihn gleich schweilen in eine Tiefe, Tiefe, schlafen können. Hey, Doc, du hast den Falschen flachgelegt. Noch so'n Fehler und du hast keinen Kopf mehr. Ich brauche dringend einer Unästhesi-Schwester, sonst kann ich nicht noch bei dir rein. Gerda, hol den Hammer raus! Kinder, diesen einmaligen, aus 5000 echten, pailletten gestrickten OP-Kittel, Modell Gerda, könnt ihr jetzt einen Gerda's Teleshop bestellen. Wir sind einfach die Nummer neben eurer Landesfarbe. Siss one and only OP-Kittel. Du hörst sofort mit dem Scheiß aus, sonst kannst du dir einen Sarg bestellen, Modell Trümmer-Transe. Ja, hallo, und dann kann ich nicht noch bei dir einen Stücke und ich werde einmal den OP-Kittel aus dem Pfad. Danke, Gerda! Schwester Scalpell! Scalpell, Schwester! Merci! Ah! Et attention! Oh Gott! Vorsichtig! Yeah! Oh nein! Oh la 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 la! Hab ich getroffen, die Ahrenblase. Oh, was ist das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Die Zwölffinger-Darme. Oh, Schwester Tupfer, was ist das? Das ist doch eine wunderbare, dünne, dünne, dünne Dame. Mein Herr, halten Sie bitte. Oh Gott, der Kreislauf kollabiert. Ach, Heinz, ich kann doch keinen Darm sehen. Oh, kiss, kiss, kiss. Was ist das? Die blinden Dame. Oh Gott, Kinder, das Herz, das Herz. Er ist weg. Das Herz, steh still. Wir verlieren ihn. Ach, ist kurz vor die Exitus. Oh, was ist denn da? Oh Gott, ist das eine Frage. Ja, ich kann doch nicht noch zwei letzte Folworte sagen. Freunde, es ist Zeit und ich bin so gerne noch geblieben. Doch der letzte Zug rollt am Ansteig meines Lebens ein und erfüll' mich weit, weit fort von all den Menschen, die mich lieben. Drum sag' ich leb wohl, diese Reise macht man ganz allein. Wenn ich euch gekännt hab, Freunde, jemals war es böser Wille, was mir uns an Gründen schlurken, alles heilt die lange Stille. Freude und Leid hab' ich mit euch geteilt und alles im Ganze geben. So kann ich heut' sagen, dass ich nichts bereuf' von meinem Leben. Dort, wo ich bald bin, kann ich keine Briefe an euch schreiben. Einfach wünsch' ich mir, dass ihr nicht so lange um mich weint. Denn wenn ich auf den Tee, werd' ich doch in euren Herzen bleiben. Und ich hoffe bald, neues Licht in euer Leben scheint. Bald wird es soweit sein und ich werde keinen Schwert mehr spüren. Nicht empfinden, was es heißt, das Allerschönste zu verwehren. Ihr hingegen müsst jetzt hapfer sein. Ihr könnt mich nicht begleiten. Euer Angedenken wird mich auf den letzten Weg geleiten. Dank und Adieu! Dank und Adieu! Ich geh' will nicht ganz einfach sagen. Dank und Adieu! Große Worte lagen mir noch nie. Dank und Adieu! Und ich will mein Schicksal nicht beklagen. Dank und Adieu! Dank und Adieu! Weint nicht, wenn ich geh' Dank und Adieu! Denn ich seh' so ungern Tränen, bitte keine Abschiedsszenen. Sagen wir nur Adieu! Einfach nur Adieu mit einem Lächeln. Macht's wenig zu schwer, wenn man geht, dann tut es eben weh. Danke und Adieu! Weint nicht, wenn ich geh' Weil ich das nicht frag' Freunde und ich sag' Euch doch einmal Danke und Adieu! Freunde und ich sag' Danke und Adieu! Und Adieu! Machen wir einen noch tieferen Schnitt! Tja! Oh! Oh, was zeh' ich da! Das lass' ich du unglaublich! Frühlingssturm! Ey! Alter! Du hast jetzt Flaute! Das dauert mir hier alles zu lange! Oh Gott, Kinder! Ich kann beim besten Willen keinen gefüllten Dreser mehr sehen! Heule! Ich hab' alles! Lass' es abhauen! Oh! Guck, was ich gefunden! Oh Gott! Oh Gott, Kinder! Nee! Ich kann beim besten Willen keinen gefüllten Dreser mehr sehen! Heule, ich hab' alles! Lass' es abhauen! Muss jetzt nehmen! Ja! Und das bist du! Äh! Ich denke, dass einer dieser Koffer mir gehört! Und einer mir! Seid ihr Liebling! Heitz! Denkst du auf, was ich denke? Wenn du denkst, was ich denke, dann denk ich drauf, was du denkst! Und was ist das? Wir denken, dass wir verdammt noch mal genug ärgern mit diesem Koronan! Wir denken, wir nehmen alle vier mit! Wir nehmen alle vier mit! Danke! Ihr glaubt doch nicht, dass ihr so davon kommt! Ah! Und wer sollte uns daran hindern? Wir nehmen jetzt einen Anglaus! Amen. Ahhhh... 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 Alles andere hätte sie sich auch abschminken können. Geh! Oh, Moment, das Geld ist gut. Was wird denn jetzt aus? Frühlingssturmer David Wache, verhaften Sie sofort die beiden Typen, die mit vier Koffern aus der Pension Schmidt kommen. Was? Wie viel Koffer das pro Mann macht? Sehen Sie wahnsinnig, Mann? Sie haben Ihren Taschenrechner nicht dabei? Du bist gar keine Drogenlieferin. Aber nein, Liebling. Ich bin Undercoveragent in meiner Drogenfahndung. Geile Tarnung, was? Deine, deine Liebbarkeit, ist das auch Mordtarnung? Aber Liebling, wie kommst du nur darauf? Oh, alles gut. Lassen Sie mich raten, Herr Kolz. Bis Sie Ihren Taschenrechner gezückt haben, sind die Typen entkommen. Woher wissen Sie, Frau Oberkommissar, aber einen Koffer haben Sie mir dagelassen. Da ist ja mein Koffer. Die Tarte! Wo ist die Tarte? Martin und ich haben uns versöhnt. Heileklapp. Ist er schon fertig? Welches Unheil naht aus Oma Lissens Parteizentrale? Oder ist es dem Professor wirklich gelungen, den Führer zu klonen? Und wird ihn Gerda in ihre Talkshow einladen, um es ihm richtig mit dem Hammer zu besorgen? Wird Siegfried endlich seine Nadine heiraten? Oder erliebt er den heimatlichen Versuch? Was wird aus der jungen Liebe von Lutz und Madeleine? Und wird es Rotte beim nächsten Mal gelingen, Heile und Heinz zu verhaften? All das erfahren Sie ab September in Folge 358 von Pension Schmidt, wenn es wieder heißt... Pension Schmidt, herzlich willkommen in der Ferne auf dem Sieg. Pension Schmidt, wir zockt das Leben, Pension Schmidt, denn hier geschieht. Kleines Glück und großen Träumen zwischen Pitsche und Pompflicht. Pension Schmidt, wir zockt das Leben, Pension Schmidt, wir zockt das Leben, Pension Schmidt, denn hier geschieht. Applaus 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 Hey Leute, ich will kein langweiliges Klatschen. Ich will Bus und Viertel für mich und meinen Kollegen. Heinz! 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 Samuel 2 Heinz! Heinz! Das ist ein Wahler. Falls jemand einen schwarzen Koffer gefunden hat mit echten Frühlingstunden drin, bitte an der Davidwache abgeben, aber nicht bei Herrn Kolz. Mein bestes Beginn! Bravo Monsieur! Danke! Es war, wir hatten auch... Es war, wir hatten auch... Ja, es war... Schau, schau, du geil, der hat mir verpestigt. Wie ist das? 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 Ich bin, ich bin, ich bin... Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin... Hey, Latte! Seid so gut drauf, na? Ich sage mir, danke, ich kaufe meine neue Scheibe, ich will kuscheln, das wird der Sommer jetzt heute auch. Macht's gut, ich freue mich, kommt in deinen Heimweg. Danke, ich bin der ganze Zeit. Danke, Herr Schander, danke, ich bin der ganze Zeit. Danke, ich bin der ganze Zeit. Danke, ich bin der ganze Zeit. Und da ist Kind, ich bin der ganze Zeit. Also ich kann noch mehr verbreiten. Danke. Danke. Deshalb hast du auch nicht mit dem Länger gedauert. Danke, danke, danke. Danke. Ja! Hast du rot? Ruhig. Am Nicht-Jürgen Anton Karsten. Diese Folge 357, der Frühlingssturm, spielen wir unter eben diesem Titel auf eben dieser Bühne zur selben Zeit täglich um 20.20 Uhr noch bis zum Samstag in entfernt ähnlicher Form. Nein, der Titel bleibt. Kriegen wir jetzt immer Sekt nach der zweiten Dame? Ja, doch, vielleicht auch mal nach der ersten, kann man ja auch mal. Ja, schon mal vor der ersten. Ja, es wird irgendwas unter diesem Titel jetzt dargeboten in den nächsten Tagen. Es gibt noch wenige Restkarten, schnell weiter sagen. Und Propaganda, sagt der Gute immer, ist gerade noch safer Sex. Genau. Ja. Ja. Aber keine Sorge, also auch nach dem nächsten Samstag, dem 29.04. dann geht das Theaterleben hier munter weiter. Wir haben Mitte Mai hier die nächste große Premiere im Hause, nämlich Ahoi, die einzig wahre Seemanns-Revue mit Tilman Mataus als Kapitän auf Reisung einer großen Mannschaft. Genaueres darüber entnehmt ihr bitte den frisch gedruckten Programmheften, die in Hülle und Fülle ausliegen. Nehmt gerne 20, 30, 40 mit, nehmt sie und werft sie eurer Nachbarn Hand in Friedkassel, tut also einen großen Verein mit. Ja, ihr habt die einmalige Möglichkeit uns heute alle mit nach Hause zu nehmen zum Superdienst, das Sonder-Discount-Preis von 30 Mark. Alle? Auf CD. Du wolltest hoppen? Du wolltest es hier aber mitnehmen. Außer, Sekunde. Ich hab gesagt, auf CD. Er wird's mit mit. Auf CD. Auf CD. Eine Hits aus 357 Folgen auf einer CD, sehr eng gepresst, draußen im Foyer käuflich zu erwerben. Und da alle Beteiligten gute Tradition hier im Hause Schmidt und Tivoli, da alle Beteiligten, die Darstellerinnen und Darsteller und die Musiker auf ihre Gage verzichtet haben, ist es uns auch bei dieser CD wieder möglich, von jeder verkauften CD mindestens 10 Mark an das Hospiz von Hamburg-Leutfeuer, der Hamburger Aids-Hilfe zu spenden. Die Geschenktage sind ja also in Hülle und Fülle im Kalender vorhanden, gerade hatten wir ja Ostern, aber dann kommt ja bald Marie Verhütung und Empfängnis, Maria, hilf, komm doch dann, und Josef, komm. Und diese Garten, ja gut. Was wollt ihr jetzt noch sagen? Wenn ihr noch Lust habt, zu bleiben draußen, noch in der Knalle ein Bier zu treten, wir kommen auch gleich. Steigert den Umsatz und sichert unsere Rente. Moment mal, wir kriegen die Rente. Was? Wir kriegen Geld. Du noch lange nicht. Ja, wenn ihr jetzt rausgeht auf die Reeperbahn, ab jetzt seid ihr, ich bin ja selbst für euch verantwortlich. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Wir wünschen, dass euch nichts zustößt oder vielleicht gerade was zustößt, wie immer ihr hergekommen seid. Mit welcher Erwartung noch eigentlich jetzt? Es ist auch Dienstag noch viel los, also in alle Richtungen. Und von jedem von... Ja, schön, dass ihr da wart, kommt bald wieder. Wir sehen uns hoffentlich in den Theatern wieder bei der Pansion Schmidt von der Ahoi. Demnächst, tschüss, bye bye. Danke. Applaus 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 Gab's hier Abenteuer, heute ist leider nix mehr los, täglich bummel ich ganz alleine, die Reeperbahn nach der Freiheit rauf, andere Leute treff ich dabei keine, drum bin ich scheiße drauf. Keiner ist besoffen, nix hat offen, nirgends Bier, mich hat's wirklich hart getroffen, selbst die Nutten sind ich hier. Heute ist das Glanz nur noch Totentanz, das ist echt nicht mehr schön, weder Titten noch randvolle Bretten sind hier zu sehen. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins, triffst du heutzutage leider kein Schmeid, alle Kneipen dicht und kein Mensch in Sicht, auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Und noch nie hat in lauschiger Nacht, mich dein Anblick fast dazu gebracht, dass das Herz mir bricht, ich erkenne dich nicht, mein St. Pauli, St. Pauli, Weihnacht. Kinder ist, nee, ist das ne Scheiße, auf'm Platz ist auch nix mehr, nur der Wind weht weiter leise von der stillen Elbe her. Überall bricht der Frühling aus, doch ich sitz im Keller und komm nicht raus. Wer da nervt, denn sie will immer wieder, das hält doch niemand aus. Keiner ist besoffen, nix hat offen, nirgends Bier, mich hat's wirklich hart getroffen, selbst die Nutten sind ich hier. Heute ist der Glanz nur noch Totentanz, das ist echt nicht mehr schön, weder Titten noch randvolle Brennen sind hier zu sehen. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins, triffst du heutzutage leider kein Schwein, alle Kneipen dicht und kein Mensch in Sicht, auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Und auch nie hat ein lauschiger Nacht, mich dein Anblick fast dazu gebracht, dass das Herz mir bricht, ich erkenne dich nicht. Mein St. Pauli, St. Pauli, Weihnacht. Weihnacht. Untertitelung des ZDF, 2020